Ja, moin zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer aus der Haunted Hotel Reihe. Diesmal bis zur Endendlichkeit und noch viel weiter. Eternity. Das ist so unser Motto. Ja, dann nichts wie rin. Oh, und deswegen gibt es wieder Bonus-Content. Also freut euch auf ein extra langes Abenteuer. Play. Los. Okay, es ist Sonntagabend. Na, ist klar, immer auf Käse. Loading. Die Musik ist schon mal ziemlich cool. So, ganz anders. Hey, whenever you're ready. Hey, 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 hey. I need your help. I can pay you $100,000. Meet me at Sherman Park. Hmm. Nun, und wer ist dieser distribuierte Herr? Mit dem Oberlippenbart und, äh, naja gut. I had no idea this guy wanted me to start this job right now. Doch, aber auf jeden Fall. Would you like to have some interactive help? Special features sollten reichen. So, hallo. I knew you'd come. I'm Kevin Reynolds. It's a pleasure to meet you in person, Detective. Hm, ich freu mich auch. Was gibt's denn? However, I would like to confirm your identity first. Any form of government ID will do. Er hat mich doch schon als Detective erkannt. Also, äh, okay, aber gut. So, he seems very paranoid, but I suppose he couldn't hurt. It's in my briefcase. Show your ID to Reynolds. Zum Glück haben wir unseren Trusty... Was? Info? Was soll ich tun? To unlock the case, press the buttons in the right order. The buttons reset, if you guess incorrectly. Okay, eins. Dum, 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 dum. So. I know how this works. Oh, warte mal. Lass uns gleich mal zu den Achievements gehen. Cold-blooded Professional. Äh, cool-blooded. Okay, finish the hop in one minute. Finish the hop in more than... Das werden wir niemals machen. Äh, as he can take it. Three in the objects in three seconds. So, das sollten wir eh mal hinkriegen. Das übliche halt, ne? Oh, confidential. Was haben wir hier noch? Wrong way. Clever than the designer. Was? Sweet tooth. Take a sweet treat. Oh, das werden wir auf jeden Fall. Eye-catching. Watch every cutscene without skipping. Kriegen wir auch hin. Äh, every dialogue kriegen wir ebenfalls hin. Äh, use the tin teleport at least once. Hm. Äh, preventing, das ist ein... Was? Wir können hier... Oh, Gott. Oder jemand? Äh, saving people is my job. Das wird nicht gesagt, wer. Äh, ten in ten seconds in five seconds. Naja, gut. Also das übliche Set halt eben, ne? So, was sollen wir finden? Äh, Kompass. Headphones. Film. Lottery ticket. Lottery. Headphones. Film. Ähm, Kompass. Kompass. And the film. Wir sollen die Dinger auch noch einsammeln. Ich weiß, aber damit warte ich mal bis zum Schluss. Weil, dann haben wir nämlich schon mal den... Ach nee, es sind nur acht. Schade. Globe, Star, Handprint, Cassette, Tape. Globe, Globe, Star, äh, Star. Handprint und Cassettentape. Ah, Handprint und Cassettentape. Handprint und Cassettentape. Handprint und Cassettentape. Handprint und Cass... Was ist denn hier? Ah, da kommt das am Ende hin. Okay. Gut, also noch ein Handprint. Ein Handabdruck. Ich seh keinen Handabdruck. Ist das da einer? Ne. Ein Handabdruck. Ach, hier. Ja. Okay. Remains it. Achievement. 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 Full speed ahead. Yes. Got it. So. Okay. Haben wir. Sehr gut. Na denn. Natürlich. Sehr gern. Ja. Was denn? Was? Okay. This agreement made of day of. La 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 la. 1900. Okay. Wir sind inzwischen in 200. Kevin Reynolds. Hereby proclaims. Ja. Pay employee. Okay. Tragen wir ein. 1978. Between. Das bin ich. To perfect. To perfect. Nö. Das machen wir nicht. To perform other services. Nö. To prepare safety. Äh. Kaffee holen. Nö. Machen wir nicht. Shall not be held liable for employees life. Okay. Das kann ich ja mal machen. Fertig. Ich muss alles abklicken. Ah. Na gut. So. Und jetzt. Day of. Das auch. Oh. September. 8. September. Dann nehme ich das wieder raus. Nee doch nicht. Mist. Oh. It's time for my speech. Just secure this area. Tobias' detail has the rest covered. Sollte man die anderen Sicherheitsleute auch kennenlernen und vor allen Dingen die uns. Weil sonst denken die ja wir sind irgendwie ein attacker oder sowas. Thank you. Thank you. To begin with. I would like to say how very. Dann nehmen. Get Reynolds to safety. Äh. Shoot up here. Äh. Far away from here. Ja. Allerdings. Wir nehmen erstmal Sachen. Da oben. The shots are coming from that window. Oh. Meine Güte. Oh. Und er schießt immer noch. Okay. Haben wir irgendwelche Sammelobjekte? Genau. Mein. Wir werden hier beschossen. Aber mein Konzern ist. Ähm. Haben wir Sammelobjekte? Super. So. I need protection if I want to get. Äh. Achso. Natürlich. Fump. Das da sieht doch verdächtig nach. Sammeln? Ist hier irgendwas Sammeliges? Komm. Irgendwas Sammeliges? Ein Morphim-Objekt. Ja siehste. 20 Stück. Okay. Da ist. Was haben wir denn hier? It's electrified. I can't touch it. Touch it. Okay. So. Alles weg. Alles weg. Alles weg. Das nehmen wir mit. Cool. Okay. To Podium. Hm. Ich möchte aber wissen, ob hier irgendwas ist. Es wäre schon fies, das in diese Situation hier einzubringen. Aber nun. Okay. Wir sind näher dran. Cool. I don't believe this. They are attacking me in public. Please you have to get me out of here. My car is over there. But those blasted boxes are blocking the way. Natürlich. Ich hätte da ne Idee. Okay. Das nehmen wir mit. Oh. Da ist ja noch was. I can't touch it. Was ist denn hier alles kaputt? So. Und von da oben kommen nach wie vor die Shots, ne? Irgendwas ist hier auch noch. Äh. Thumb reaches creates a puzzle. Oh. There. Okay. Okay. Also. Wir können das zusammen basteln. Cool. Uh. Gar nicht schlecht. Können wir nochmal über Sammelobjekte sprechen? Ah. Aber ich sehe hier nichts morfen. Seht ihr was morfen? Ah. Ah. Ja. We are so close. Aber das ist K. Und das... Oh. Okay. Okay. Da gehen die Luftballons. Okay. So. Relativ protected. Aber das K steht hier doch völlig im Freien. Also ist das ne gute Idee? Und die Fenster und so? Hm. Task done. You won't be safe for long. Oh. Da kommt noch jemand. Security. Aber das Ticket... Naja. Ne. Tobias Irving. Was? So ein Ticket kann sich jeder da kriegen. Well. They're professionals. At any rate. This area is compromised. It's likely they're lying in wait at your house. Professor. But don't worry. I have a backup plan. Hm. Wer is der, dass der so begehrenswert ist? Tobias? Sounds confident about this place we're going. Right now I'm just long for a ride. Hm. Okay. Okay. Hi. Moin. Sollen wir mit ihr irgendwie talken? We're going to a safe house I've used before. It's an abandoned hotel. Just outside of town. They'll never find us there. Ne. Und niemand anders wird uns jemals wiederfinden. Look at these. I've invested all my time and money to advance medicine. And make the world a better place. Is that really worth killing me for? Weiß ich nicht. Du wirst dir möglicherweise Feinde gemacht haben. Und was sind denn das überhaupt für Fingernägel? Okay. Kevin Reynolds, Ransom Co-Fund Projects. The Illumination Project explored new possibilities for using the human brain. Mhm. Was soll ich tun? Learn all about Professor Ransom Co-Fundership activities by reassessing the brochure MSS. Okay. Illumination. Du gehst da und du gehst da hin und du gehst mich hin. So. Okay. So. Okay. Project Phoenix. We researched ways to induce recovery from mortal injuries. Oh. Das ist ja der helle Wahnsinn. Okay. Äh. So. Vermutlich. Okay. Gotcha. Äh. Jetzt haben wir ziemlich viele Spritzen hier. Äh. Ne. Da vielleicht besser. So. Du. Hier hin. Phoenix. Hm. Gut. Gotcha. Oh. I can't talk about this one. Suffice to say that we were too ambitious. The rest is classified. Hm. Und wenn sie mal schauen wollen. Das ist der Titel dieses Spiels. Also darum wird's gehen. Okay. Na gut. Zählen wir uns das mal weiter an, was das zu bedeuten hat. Oh. Das war falsch. So. So. Äh. Äh. Nicht der da. Irgendwas mit Herz. Hm. So. Und dann kommst du nämlich dahin. Und so. Tobias, is this the place? Hm. Yep. This is it. Well, everybody out. Okay. New tasks. Retrieve Regan's Beacase and enter the safe house. Tobias seems to have this under control. I'll see how Reynolds is holding up. Okay. Alles klar bei dir? Here she is. The once famous Eternity Hotel. Wait here while I unlock it and turn on the lights. Uh-huh. Tobias, wait. I need my briefcase. It's locked in the trunk. You mind getting it for him? Our driver Douglas has the code. I'm gonna look around. Make sure no squatters moved in. Mhm. Just watch him. Alright. Aber es ist ja schon offen. Hm. So. Was jetzt? Tobias geht in the light pretty quick. The coast must be clear. Okay. Kann ich nochmal die Stelle rein? Das war ziemlich... Ja, 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 ja. I'll ask the driver's help. Aber... Okay. Überwachung überall. Eternity. Hm. Ja. Bringt nicht viel, ne? Gut. Aber es stand 5271. Okay. Ah. Da gehört das hin. Collector. Minnesota Collector. Aber ich hab noch keine Sachen hier, die ich finden sollte. Außer der Reihe, ne? Hm. Okay. The professor is dear to me. I don't know where I would be without his kindness. Aha. Tobias says... Okay. Of course. Here you are. I've memorized it. So you may keep it. The trunk can be a little tricky. But considering how you did today, I doubt you'll need my help. Nö, hier kriegen wir schon hin. Äh. Vielleicht doch. Find and remove all matching pairs to reveal the true code. Was? Was bitte? Ach so. 1 5 2 8. 1 5 6 7. 1 5 2 7. 1 5 2 8. Das haben wir da. 1 5 6 7. 1 5 6 7. Und das startet mit einer 0. Das da oben auch. Und die beiden sind identisch. Ja. Gotcha. Okay. Hier irgendwas drin. Ich meine, wir sind ganz am Anfang der Geschichte. Aber hey. Irgendwo? Irgendwas? Irgend gar nichts? Irgend überhaupt nichts? Ah. Na gut. Macht mich schon nervös. Okay. Also wir ran hier. Zack. Reset Info. Naja gut. Das wenn wir... Okay. Also ich guck mir die Info an. Arrange the dials as shown in the picture clue. Select the dial to turn it. Aber sehr gerne. Das ist eins. Der muss also wo dahin? Zwei muss nach unten zeigen. Sieben soll eh 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 eh. Dahin zeigen. Und fünf soll dorthin zeigen. So. Gotcha. Da ist eine Menge Zeug. Okay. Reynolds deliver speech. Deliver public speech. Okay. Oh warte mal. Nee da war noch mehr. Sponsorship documentation. Mehr nicht. Und contract documentation. Aber nichts was wir mitnehmen können. Hier bitte sehr. Hmm. Hotel Eternity. Who? I wonder what this place was like in its heydays. Tobias? Hello? What the? Oh. Oh. Okay. Das Hotel. Oh my hell. What happened? Retrieve. Reiners. Briefcase. And enter the safe house. Das ist unser Tass. Okay. Alles klar. Nun sind wir richtig drin. Und damit willkommen bei Haunted Hotel. Und. Let's go do. Detective. Welcome to my humble abode. As you can see. This hotel. Is hardly accommodating. Uh oh. As the poor professor found out first hand. But don't let that stop you. Helping nice people. Is the right thing to do. Isn't it? Oh. Please. Let me go. Help. Do you want to save him? Then you'll have to win my game. Here is your first puzzle. What does Mr. Kevin Reynolds do? No cheating now. Remember. I'm watching you. Have fun. Okay. Rescue Kevin Reynolds. I won't be in a B-Movie in Horror. Ja. Okay. Es könnte etwas horrorig werden. Das ist genau das richtige Stichwort. Aber es ist so. Warte mal hier. Endlich. Nein. The gas is still on. Must be a weight turned off. Das bin ich da. Ja. Ruthless Mars. Es könnte etwas horrorig werden. Und äh. Ja. Das Spiel hat begonnen. Aber die Frage ist. Geht's um den. Äh. Dottor. Hm. Was Tobias weaponized. Äh. There is no way. Oder er ist derjenige welcher. My fingers can't fit the crack. Da ist nix. Da ist nix. Also geht es um den äh. Äh. Sammler. Oder geht es um uns. Uh. Puzzle Piece. Warte mal. Lass mich das mal gucken. Collected Birds. Das ist schon interessanter als ähm. Als naja. Die Achievements. Okay. Aber gut. Das sind ja auch Achievements hier also. Nun. Hier haben wir einen Magneten. Sehr schön. Leider nichts was ich hier machen kann. Was war hier nochmal. Achso. Ja genau. Da gehört irgendwas hin. Irgendwie drin. Na na na. As a mold. Und ein Schlüssel natürlich. Was haben wir denn hier. Noch so ein Dings. Wow. Äh. Zipper is missing. Kein Ding. Zipper haben wir schon gefunden. Und. Was gibt's hier aufregendes. Eternity. Coming soon. Was working. Working together for a better world. What on earth. Was this project about. Keine Ahnung. The bell has been ripped off. Und hier sind Dinger. Und the nuts are bolded tight. Nun gut. Also. Erstmal könnten wir hier rangehen. Bisschen rumfummeln. Und. Na toll. Noch mehr Sachen an die ich nicht rankomme. Aber warte mal. Na das hat immerhin funktioniert. Aha. Gut. Okay. Du kommst dann dahin. Ding. Oh. Da war ja was drin. Eine Lampe. Na sowas. Die ich auspacken kann. Hahaha. Hammer. Ähm. Können wir mit dem. Warte mal. Hier war doch auch noch was drin. Können wir das auch raus zubeln? Das geht auch. Sehr gut. Okay. Und damit kriegen wir die erste Schublade hier auf. Ja. Geht. Sehr gut. Mehr nützliches befindet sich aber nicht da drin. Nur ein Screwdriver. Ne. Nicht hier für. Ah. Wahrscheinlich auch nicht dafür. Nein. Natürlich nicht clever werden wir Designer. Hahaha. Ja. Danke. Danke. Ähm. Okay. Ähm. Das ist. A chain to the radiator. Ne. Nein. Das wird nichts. Was haben wir denn hier hinten? Da sind die Dinger für. Da sind sie nicht für. Doch sind sie für. Okay. Und ich sehe schon. Hier brauche ich ein bisschen mehr Licht. Warte mal. So. Schon besser. Ne. Aber das hier ist doch bestimmt auch noch irgendwas verrücktes. Da braucht es auch eine Fluoressierenlampe. Mhm. Okay. Was habe ich denn da bekommen? Valve. Du kommst erstmal da dran. Jetzt könnte ich hier Wasser holen. I could collect some water here if I had a container for it. Okay. Ungefähr. Jawohl. Ja. Das reicht. Danke sehr. Bin ich mir durstig. Was ist das denn hier? Swirling knob. Äh. Warte mal. Hier. Ne. Dort. Ja. Schon besser. Ne. Oh. Da hinten. Okay. Gut. Gips. Mhm. Na siehste. Dann kann ich mir hier mal eben eine Form anfertigen. Eine Masse. Kneten bitte. Und da rein. Passt aber eine Menge rein. Das nehme ich mit. Warte. Das nehme ich mit. Hexagon. Das gehörte nicht da rein. Ist ja verrückt. Ah. I can feel eyes watching me. Like I'm trapped in an invisible microscope. Ja. Mehr ist hier aber nicht. Ne. Ne. Hier ist man nicht. Oh. Da ist noch Gas. Ja. Okay. Das ist nicht gut. Nichts gut. So. Aber. Achso. Hier. Nein. Doch. Nein. Doch. Ja. Oh. Okay. So. Du kommst da oben ran. Aha. Die Lampe nehmen wir mit. Und können wir auch einfach so hier anschließen. Ist kein Ding. Ka-ching. Einfach reinstecken. Dann geht's. Was? Info. Uh. Restart the image by sliding the tile will scroll. Choosing a tile will move in nearest empty space. Sehr gut. Okay. Das heißt also. Wir brauchen das ungefähr so. Ne. Warte mal. So. Und hier oben rein kommt der da. Das heißt ich muss den erstmal nochmal runter ziehen. Und dann den da lang ziehen. So. Und dann ist die erste Reihe schon mal fertig. So. Die zweite Reihe bekommen wir hin mit. Ne. Das ist okay. Wie mache ich das am cleversten. So. Vielleicht. So. Dann sind die schon mal in der richtigen Order. Da. Und die brauchen jetzt einfach nur noch herumgeschubst werden. So. Ja. Sehr gut. Ha. Ich liebe dich das zu tun. Aber der Bumbling Professor ist nicht so inocent wie er sagt. Er war nicht lieb, wenn er gesagt hat er seine Zeit und Geld hat. Zu diesen Projekten experimentell. Aber er hat er gesagt, dass diese Projekten nicht illegal waren. Was, wenn ich dir gesagt, dass die Menschen inocenten Menschen soffern von einer. Das führt mich zu meiner nächsten Frage. Welches Projekte spreche ich davon? Denke vorsichtig, bevor du das antworten. Leben. Das betrifft. Ja. Okay. Er versucht mich gegen Reynald. Aber warum? Äh. Was ist seine Agenda? Ah. Find a way. Pass the game. Task done. Ja. Vielen Dank. Habe ich hingekriegt. Ja. Okay. Also. Hm. Das ist wohl richtig. Muss immer. Wie immer diese Experimente auch. Counter takes Morphin. Morphing Objekt. Das war ein Morphing. Ich dachte, das da war ein Morphing Objekt. Okay. An versehen. Das tut mir leid. Ich dachte, das hier wäre das Morphing Objekt gewesen. Ah. Flashing random images. What are you trying to show me? Weiß ich nicht. Hm. Na gut. Uh. Kinda in some creepy obstacle cause. Ja. Offensichtlich. Okay. Okay. The Hotel Bar. Das sieht hier aber nicht sehr, nicht sehr, also gar nicht sehr aus. Das nehme ich mal mit. Da haben wir noch so ein Puzzle Piece. Das gucken wir uns mal an, wenn eins fertig ist. Da fehlt something. Und hier komme ich wahrscheinlich mit dem nicht weiter. Kann ich es aufhebeln? Auch nicht. Gut. Also weiter. Irgendwas cooles hier zum, was sich bewegt, was sich ändert. Sehe ich noch nicht. Ah. Ne. Ich sehe nichts, was sich ändert. Da. Ne. Kein Morphing Objekt. Kann das sein? Oder ich sehe es einfach noch nicht. Das mag natürlich sehr gut sein. Okay. Ne. Sehe ich nicht. So. Was haben wir denn hier? Da haben wir eine Menge cooles Zeug. That's a ton of chemicals here. You should be careful. Nimm doch einfach das Messer. Hm. Er möchte es nicht anledet machen. Aber das Messer und dieses Tape da. Hm. Kein Wimmelbild pro. So. Da haben wir schon mal den Schalter. Oh nein. It's rusted. Ja. Okay. Hier können wir den Schalter dran basteln. Sehr gut. Und. Uh. Na sowas. Was ist das hier? Paper. Äh. Sagt mir überhaupt nix. The paper smells like faintly like chemicals. It was something written in invisible ink. Es gibt. War das denn Lachen oder? Hä? Was war das? Ihhh. Ähm. Okay. Irgendwas was wir mitnehmen können. Immer noch nicht. Schade. Gut. Da hinten. Oh nein. The stony winds are blocking the door. Wie konnte das passieren? Äh. Wir haben leider nichts zum wegwischen. Aber mehr ist hier auch nicht. Das ist nicht nett. Yikes. Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Es ist definitiv übertrieben. Ein goodness. Thank goodness. Ehhh. Da gibts Drinks. Okay, können wir das irgendwie versperren? So nicht. Nob. Hm, okay. Nee, da können wir... Ach, warte mal. Aber ich kann es abschrauben. Nee, kann ich auch nicht. Okay, gut. Gehen wir erstmal wieder zurück. Fein. So. Hier hatten wir noch irgendwas. Passt da der Nob dran? Er passt. Sehr gut. Eine Axt. Und, warte, was ist das? Secret Liquid. Liquid, natürlich. Okay, jetzt einfach drauf. Matschen. Uh, sieh an. Okay. Klar, wieso nicht? Hm, eine Axt. So, mit der... Hm, weiß ich nicht. Aber die Axt, die können wir doch hier schon mal verwenden, ne? Aber sowas von. Juhu! Jetzt brauchen wir aber noch einen Schlüssel. In Luxemburg, do you want to do a game room, but it's locked. Mhm. Wie kommst du auf die Idee, dass es sich um den Game Room handelt? Also wirklich. So, hier. Und mach, was da drauf steht. Bottle Anti-Rust Spray. Sehr gerne. So, die sollten wir abschneiden. Da nähe ich mich noch. Dann die hier zusammenkleben. Okay, cool. Dann, ähm... Und die da oben drauf. Auch nicht schlecht. Dann Rot und Grün zusammen. So. Du weißt doch gar nicht, was da drin ist. Also... Wie kannst du sicher sein, dass das ein Anti-Rust Spray wird? Ähm... Dann soll da irgendein Pin drauf. Ich hab... Hab ich einen Pin? Nee. Da. Doch, ich hab einen Pin. Du kommst... Nee. Achso. Ein Need to Parfit. Okay. So. Cool. Du da oben drauf. Und... Ach, das ganze Loch. Verkleben. Okay. Hab's. Jawohl. Okay. Anti-Rust Spray. Uh, das wirkt aber sehr gut. Meine Güte. Aha. T. Irving. Was ist das denn? I turned your work into the... For a better word right. It's a call from the projects. Experiment failed. Was denn für ein Experiment? Hm. Das nehmen wir auch mit. Ähm... The chain isn't long enough to operate it. Ja. Das ist jetzt blöd. Das ist jetzt schade. Aber immerhin, wir kommen in den Gaming Room. War er ein Opfer? Kann das sein? War er das vielbeschlagene Experiment? Oder jemand, den er kannte? There could be some clues in here. Better, better be careful. Allerdings. Da ist noch so eine... Ah, hier. Warte mal. Collectibles. Ach, das sind Collectibles. Okay. Trophy Mask Collection. Cheap Mask. Ja, die ist ziemlich stieb. Wrathless Mask. Ach, du liebe Zeit. Ja, es kann noch heiter werden. Oh Mann. Okay. Ja, klar. Warum nicht? Gerne. Aha. Siehst du? What could Professor Reynolds have done to deserve this? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Aha. A child driving a girl in here. And I'll turn it together for a better world. What is a nation for both persons? Ja, ja, es wird so gewesen sein, dass die, keine Ahnung, ein neues Medikament oder sonst irgendwas entwickelt haben und irgendwann natürlich auch an den Punkt kamen, dass das Medikament an Menschen getestet werden konnte. Und nun, ja, es kann natürlich auch sein, dass das schief geht. Aber die FDA, das ist doch hier ein amerikanisches Spiel, die FDA, die wird ja schon ein Auge drauf haben. This statue is missing a part. Die Statuette braucht überhaupt eine Statuette. It's missing a wire for the positive contact points. Was habe ich überhaupt alles? Ein broom, ein screwdriver und das hier. Okay, alles klar. Na? I can knock down it pretty easy. Nee, was? It's hanging on my thread. I bet I could knock down it pretty easy. Ja, dann mach das doch mal mit dem Broom. Geht nicht. Ups. Okay. Aber immerhin, ich komme drunter durch. Das nehmen wir mit. I could pull it out with something. Oh, wozu ein Magnet nicht alles gut ist, ne? Oh nein, wir sind die Magneten losgeworden. Oh nein. Und hiermit kann ich jetzt die rund holen. Ui. Okay. Das war wohl nix. So. Besser. Okay. Und. Zack. Zack. Immer noch nicht. Warum nicht? Wieso geht denn das noch? Oh, ach so. Bullseye. I can deal with that. Allerdings. Go to achievements. Was haben wir denn schon alles bekommen? Uh, wir haben schon ein paar bekommen. Clever enough. So. Ja. Without skipping. Das hat mich ganz besonders angestrengt. Das hatten wir schon. Wrong way. Okay. Entschuldigung. Das musste ich machen. A sweet treat. Das war der sweet treat? Ach, nö. See it. Take it. Allerdings. So. Nun denn. Äh, okay. Aber irgendwas cooles? My, my. Whatever did you find? Oh, don't let me distract you. Continue. Can anyone hear me? Help! Hm. Der hing schon ganz schön in den Seilen. Findet ihr nicht? There is no fuel. Ja. Aber trotzdem ist da Strom. Wie kann das denn sein? Warte mal. Oh, ja. Okay. Alles klar. Ich habe ein Martini-Teil. Das funktioniert leider. I need less. It's time to pull. Plug. Das können wir leider im Moment noch nicht machen. Na gut. Was haben wir hier hinten? Oh, okay. Da braucht es einen Schalter. It has been ripped out. Gut. Sehr gut. Was mache ich mit dem Martini-Teil? Da müsste es wahrscheinlich hier irgendwo weitergehen. Aber nicht so. Oh, warte. Haben wir hier noch was offen? Äh, nein. Doch, das da haben wir noch offen. Weiß ich aber noch nicht, wie es geht. Tobias Erving. Könnte auch derjenige sein, welcher. So, hier brauchen wir noch, ähm, noch ein bisschen was davon. Hier brauchen wir was zum drunter stellen. Hier brauchen wir, oh, warte mal. Halt, habe ich das schon ausprobiert? Den, na, das war aber nix. Okay, nein. Irgendwas muss da noch, irgendwas anderes muss da noch hin. Ähm, hier braucht es eine Fuse. Da braucht, oh, hier kommt er weiter. Äh, Swift the Mess. Okay. Da sieht man an, dass man da alles finden kann. Ui. Find all the items shown below. Sehr gerne. Also, ein Fleck, ein Eimer, ein Stuhl, ein Feuer, eine Feder. Feder, Fleck, Feuer, Eimer, Eimer, äh, das, den Button hier. Magnet, Dynamo, ach nee, ein Feuerlöscher ist das. Feuer, den da, Schere, äh, Stecker und Tuch. Cold-Blooded Professional. Allerdings. Okay. Damit kommen wir hier ran. Tatsächlich. Du bist mir. Und was haben wir hier? Der ist jetzt leider kaputt. Nee. I don't need the brush pulp, but the handle could be come in handy. Make a great tool. A tool for what? Ah. Macht nichts weiter. So. Wir sollten jetzt die Statue hier aufsetzen können. Das ist nicht die. Ach, das ist schade. Das ist blöd. Swan Figure. Okay. Aber wir können auch Bolt Cutters. Warte mal. Bolt, 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 Bolt. Das ist nicht hierfür. Nein, das ist nicht hierfür. Das war so klar. Wofür war das denn? Da nicht. Okay. 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 Da auch nichts. Ach, hier. Warte. Hier eine Heizung. Ja. So, ne? Ja, so nämlich. Okay. Und wie der Zuversorgung will, bekommen wir gleich das. Was? Eins von zwei? Da war noch mehr. I've got to stay focused. The whole place is one big booby trap. Mhm. A hook. A hook, a hook, a hook. Reicht das schon hierfür? Wahrscheinlich nicht, ne? Ne, das reicht hierfür nicht. Okay. Cool. Aber warte mal. Du kommst da drauf, ne? Ja. Siehste. Okay. Kommen wir damit in den second floor? Kommen wir nicht. Hm. Okay. Warte. Hook. Äh. Oh. Oh nein. Er blutet. Please, let that be fake blood. Ja, aber das können wir doch bestimmt runterziehen, ne? What has he done to the surface? Das können wir leider nicht runterziehen. Das ist schade. Aber irgendwas sollen wir doch wegziehen oder runterziehen. Können wir vielleicht die Kabel da rausziehen? Nein, können wir nicht. Hm. Können wir das Ding da rausziehen? Das geht. Okay. Ja, so ist gut. Und das da? Nehmen wir das mit? Na, da nehmen wir nichts von mit. Das nehmen wir auch nicht mit. Das. There's no fuse. Und vor allen Dingen, da ist kein Dings dran. Okay. Den habe ich. Das kann ich abmachen. Und damit habe ich den zweiten Teil. Wunderbar. Dann komm mal. Hier nehme ich weiter. Oh, sieh alle. So. Was? Info. Drag the circles along the left bus to the circle. Focus on the right up here fully inside the circular holes. Oh, das wird lustig. Okay. So. Ah, fast. Nicht ganz. Oh. Ja. Nein, ein bisschen mehr. Okay, umso weiter ich die beide entferne. Warte mal, machen wir es mal so. Okay, reicht. Gut. Bravo. Detektiv. Du bist in deinem quest. Quite nicely. Du bist sicher, dass du immer wiederholstst, den Professor? Du wirst deine Meinung ändern, wenn du die Wahrheit lernen kannst. About Project Eternity. Du wirst, dass es sogar sehr auf die Telefonie veröffentlicht wurde. Aber dann, ein Tag. Es ist weg. Wie es nie existierte. Was war es denn? Oh, okay. Was auf der Erde würde eine Person zu all das kreieren? Ja, nun, ich nehme an, wir werden es herausfinden. So, oh, use a strong drink right now, but... Oh, ich kann es so schnell nicht lesen. Okay, ah, I get a feeling this villain has tempered with everything in the place. Ja, schon irgendwie so. Aber hey, das war doch sicherlich nicht der Typ alleine. Also ich meine, da werden Wissenschaftler am Start gewesen sein. Irgendwas wird doch da gewesen sein. So, was ist? Oh, okay. Drag each of the horizontal bars of the puzzle to move the golden marbles up and down, so they aren't blocking the bars from moving. Was? Drag each of the horizontal bars of the puzzle by moving the golden marbles up and down. Okay, aber kann ich das mal testen? Das hat gar nichts gebracht, ne? Das bringt überhaupt nichts. Hä? Okay. Ach so. Okay, ich soll jetzt einfach noch rauszuppeln können, ne? So. 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 Das muss schon reichen. Okay, du kommst da unten hin, alle da unten hin, bla bla bla. Und dann geht das auch. So. Das war ja easy. Keine Fuse. Mensch. Als ob sie für uns gemacht wäre. Oh. Oh. It can't be a coincidence. Yes, I did see something. Find the Professor. Auf jeden Fall. Wir sehen uns aber erstmal hier nochmal um, ne? Hier so. Iiii. Okay. Let's make a thick rope. Die Flasche nicht mehr mit. Aber war leider nicht so. Oh, warte mal. Doch, vielleicht ist dieses Ding hier scharf. Nein, es ist nicht scharf. Okay. Die Maske nehmen wir da mit. Hiiii. Grinning Mask. Toll. Oh. Yikes. So. Bewegt sich irgendwas? Das sieht verdächtig aus hier. Ist es aber nicht. Aha. Alles klar. Hiiii. I get you. Oh. I get you. Oh. And eat it too. And drink it too. Nein, ich drink es nicht. Aber du kommst hier. Nee. Komm. Du kommst da rein. So. Was? Open the hidden panel by pressing the button in the correct order. Okay. So. Das nehmen wir auch. Vier Puzzle Pieces. Das ist gut. Regist... Was? Ich hab das nicht gelesen. Registration Book. Eternal Project. A Better World. Ja, das sind alles die Werbeplakate. Ah. Testteilnehmer. Möglicherweise. Irving. So hieß doch der... So hieß doch der Security-Mann, oder? Keine Wilford. Drew. Das sagt mir nichts. Aber Irving. Ja. Ah, siehste. That's Tobias' last name. Who are the other people? Weiß ich nicht. Finden wir heraus. So. Noch irgendwas? Ah, wieder Kameras und so. Das ist garantiert der Security-Typ. Der hat seine Klamotten vorne nicht verloren, sondern... Guck mal hier mit den ganzen Kameras und so. Das ist garantiert der Security-Typ. Der weiß, was zu tun ist. Und er tut es. Diffuse. Ähm. Zwei von drei. Diffuse. Damit sollten wir da hinten erstmal reingehen. Und die hier einsetzen. Okay. Na sowas. Äh. Da ist ja ein Kabel drin. Upsi. Okay. Alles klar. Das war hierfür. So. Und jetzt. Yes. Ein Buton. Und eine Note. Dear Professor Reynolds. Thanks for your support. Your generous donation will help us make the project eternity a reality. Together we'll build a better world. Duke Callaham. Is Professor Reynolds truly the villain that this masked man makes him an art to be? Hm. Weiß ich nicht. Nun. Ich denke wir werden mehr über die Hintergründe erfahren. Denn das ganze dreht sich hier nicht nur um den Professor, sondern es dreht sich auch um uns. Tada. Na. Oh. Das ist ja kaputt. Wie konnte das passieren? Die Mause fallen immer mit. Und das hier. Five on five pieces. Dann lass uns mal gucken. Ah. Okay. Das ist el profesor, oder? Der in den Dings da gesaugt wird. Was auch immer das bedeutet. Okay. Warum ist das hier für uns so ein Ding? Warum macht er das für uns? Also wenn es ihm nur um diesen Typen ginge, dann würde er uns doch nicht solche Sachen hier hinterlassen, ne? Denke ich mir. So. Und. Und. Ka-choo. Oh. Es wird gewimmelt. Das ist der Eternity-Projekt-Audio-Log. Die erste Entfernung. Wir haben offiziell begonnen. Cool. Äh. Okay. Wir sollen. Äh. Read the lines. Find the key words in the scene. Find every key word to finish the puzzle. Natürlich. Also jetzt Eternity. 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 Da haben wir Eternity. 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 Das ist nicht für Geld. Das ist nicht für Geld. Da ist Geld. The advertisement idea appears to be a complete success. Okay, auch wenn Tests an Menschen zugelassen werden, dauert das immer noch eine Ewigkeit, bis das Produkt freigegeben wird für den Markt. Also Advertising ist ziemlich, äh. Ja. Ne. So. Advertising. 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 Das kann natürlich alles möglich sein. Werbung für Werbung. Boah. Werbung. Ne. Das nicht. Terence auch nicht. Das ist Werbung. Entry number 4. The master graph collects the combined data of all the subjects. We've been monitoring it closely for changes. Und wir haben auch noch nicht herausgefunden, um was es sich eigentlich handelt bei, äh, bei Projekt Eternity. Entry 12. The new equipment finally arrived, including some much needed stethoscopes. Mh. Da. Entry 20. Time is passing by so quickly, yet we're weeks ahead of schedule. O-okay. Time. Entry 23. We've tested the latest vaccine, and it works. This formula is revolutionary. Deformate. Formate. Entry 30. Subject Terence is in the first stage of treatment. The initial reports look promising. Terence? Entry 35. Subject reported feeling happy. He said it's like he's been reborn. Hmm. Entry 48. They're all dead. Was? It's over. This is my final entry. Sie sind alle tot? Was? What was that? A hammer? It's moving. No. Please no. Ach, du liebe Zeit. Sie sind alle tot. Was? Was ist da passiert? Oh. Okay. Professor. Aber nochmal. Reynolds war bisher nur der... Uuuhh. Uuuhh. Okay. I didn't... I don't think that was a Masked Man's Dune. So what? Ja. Vielleicht ist... Ich muss kurz einen Moment. Möglicherweise ist es so, dass die Probanden alle in Ghosts verhandelt worden sind. Kann das sein? Ah. Noch was? Oh, die da. Gut. Okay. Die haben wir. Sharp Shard. Könnte hier für gut sein. Aber Vorsicht, dass du die nicht in die Finger schneidest. Hm. Okay. Da kommt ihr drei rein. Cool. Und jetzt? Aha. Oh nein. Noch eine Tür. Eine Tür hinter der Tür. Und Puzzle. Was? Interact with the Game Elements. If you don't know what to do next, use the puzzle hint. Reset to start again. Äh. Okay. Was können wir denn machen? Hier kommen wir drauf. Oh. Always a pleasure to see you, Detective. How are you feeling? I've prepared something special for you. Solve this puzzle. If you do, I'll let you see the professor. He's just in the next room. Mhm. Zwei. Was ist das? Memory? Memory. Fisch und Blume. Knochen und Auto. Haken und das. Das. Key. Und Feuer. Fisch und Blume. Passt das beides? Ne, passt nicht. Ähm. Ne. Äh. Nicht. Okay. Man und... Ne, wo war Woman? Woman war da. So. Rain. Und also Gegenteile finden. Das passt auch. Hund und... Gab es schon eine Katze? Ich glaube hier. Ne. Fisch. Ne. Moment. Wo war der Fisch? Wo war der Fisch? Ah. Key und... Walk. Nein. Und... Und das. Also nicht nur Gegensätze. Fingerprint und... Oh. Oh. Warte mal. Fingerprint und das da. Ähm. Ähm. Der und der Vogel. Was war hier? Äh. Fisch und Haken. So. Blume und Schmetterling. Und Auto und Key. Äh. Eins. Drei. Für... Eins. Drei. Fünf. Zwei. Vier. Okay. N. Keine Ahnung. Irgendwo. Boah. Keine Ahnung, was das heißen kann. Noch nicht. Vier. Ähm. Okay. Okay. Die bewegen sich wahrscheinlich zusammen. Interact with the game. Okay, ja. Die bewegen sich wahrscheinlich zusammen. Nicht hier nach oben. Ah. Okay. Und sie bewegen sich alle. So. Okay. Ah. Den muss ich auch noch irgendwie an die richtige Stelle kriegen. Okay. Kein Thema. So. Was jetzt? Sechs. Äh. Spritze und Tabletten. Sind. Spritze und Tabletten. Und. Okay. Das war ein bisschen zu einfach. Du kommst dahin. Achso. Ich kann ihn nur hier bewegen. Gut. So. Und du kommst so circa dahin. Und. Ähm. Du kommst hier hin. Und du kommst da unten hin. Nee kommst du nicht. Du kommst da hin. Aber der kommt da unten hin. Und immer so und so. Und der kommt da hin. Und ihr beide tauschen. nach oben. Aber nach oben. So. Okay. C. C. Okay. Er setzt es selbst ein. Cool. Äh. Okay. Die richtig einsetzen. Hm. Der kommt hier hin. Die beiden sind schon richtig. Der kommt hier hin. Das möchte ich da hinsetzen. Da oben kommt. Nee. Warte mal. Ist das so richtig? Passt der da oben hin? Ja. Scheint so, ne? Mit diesem Strich da. So. Okay. Warte mal. Dann machen wir das so. Und so. Und so. Und so. Okay. Konne. Oh, meine Güte. Okay. Und wir haben noch einen, ne? 7. Noch ein C. Das O fehlt noch. Konka. Wo ist denn das O? Ah, okay. Drehen. Ne? Wie hättest du es gern? Ach so. Okay. Okay. Es geht um Krebs. Never give up. Go to achievement. Ja. Okay. Äh. I'm nothing if I'm not a man of my word. Ah, gut. Hm. Hang on. I'm coming. Es geht um Cancer. Oh, hi. Was? Boah. Ist das schräg, ey. Boah. Okay. Wow. Äh. I've got down and rescue the professor. How can I find out who is behind that mask? Ja. Get to the lower level by the animator. Ja. Das nehmen wir mit. Okay. Das nehmen wir nicht mit. Haben wir hier ne Maske. Äh. Sieht gut aus. Die kann ich doch bestimmt mitnehmen, ne? Kann ich nicht mitnehmen. Warum nicht? Uh. Batteries are missing. Okay. Das nehm ich aber mit. Naja. Schön. Batteries are missing. Aber ich seh die leider doch schon. Ich seh sie sogar ziemlich deutlich. Alter. Ist das schräg. Okay. Ist hier noch mehr? Äh. The handles be taken off. Ne. Warte mal. Du reichst als Handel. Okay. Wow. Und da hinten sollten wir auch nochmal gucken, ne? Äh. Get the maskman's belongings. Ah. Da ist schon mal eine Battery. I am not about to reach them to pull off the clothes. Okay. Das wird nicht. Anti-Rassway haben wir noch. Das wird alles nix. Das geht auch nicht. Okay. Wow. Sieh an. noch eine Battery. Participant application. Erving. Ah. That should be a part of this experiment. Ja. Das kann gut sein, ne? Hm. Das kann gut sein. Aber das bedeutet ja auch, dass was immer mit den Leuten passiert. Oder das wird... Oder das wird... Uh. Okay. Wir nehmen die zurück. Gut. Oh nein. Es ist ja kaputt gegangen. Wie konnte das passieren? Ähm. Boah. Aber es mag auch sein, dass das mit Irving passiert. Ja. Okay. Puh. Das war... Was close. I've got to stay alerted. Alter. Okay. The children's room. Ah. What a creepier than children's room from a horror film. Oh, please. No children connected with all of this. Ja. Allerdings. Den nehmen wir erstmal mit. So. Ja. Und auch hier. Überall Kameras. Und das nehmen wir auch mit. Lass mal sehen. Ist er nicht schön. Oh, yikes. Oh, yikes, 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 yikes. Da haben wir irgendwas. Oh, yikes. I didn't forget about you, Detective. Children are such nice creatures, aren't they? So much better than professors. Na, sag das nicht. You don't scare me. Scare me. Äh, jedenfalls nicht doll. Okay. Ah, toll. Okay. Kann man da... Hm. Ne, da kommen wir leider nicht mit weiter. Okay. Da kommen wir so nicht ran. Das nehmen wir mit. Irgendwas anderes? Läuft noch mal... Ne, es läuft nichts mehr im Fernsehen. Ach, doof. Halt, warte mal. Aber da oben war doch noch so ein... Ach so. This is definitely missing. Deswegen empfangen wir nichts weiter. Cool. Ich fühle mich gar nicht unwohl hier. Da fehlt was. Hier, warte mal. Rusty Spray. Ja, sehr gut. Bäh. Bäh. Alter. Boah. Danke. Oh, it doesn't work because any circuit board. Es hat sehr gut gewirkt. Vielen Dank auch. Die kommt da drauf, ne? Hier ist noch eins mit... Dankeschön. Finde ich gar nicht eklig. Also vorher hat er sich ja auch nicht angestellt, was die Spinnenweben angeht. Aber gut. Wir sprühen es einfach ein. Nein, tun wir nicht. Okay. Gut, dann bringen wir das da hin. Okay, das habe ich schon irgendwo gesehen. Aber nicht hier. Nein, nicht hier. Sondern, oh, warte, warte, warte. Das haben wir gesehen hier, glaube ich. Nee, wohl nicht. Da? Da. Okay, so. Ja, sind die alle zu Geistern geworden oder was? Oh, ein Minispiel. Was soll ich tun? Group the pieces together according to color. Each piece can move to an ancient empty slot. Was? Can was? Can move to an ejected empty slot. Es gibt gar keine ejected slots hier. Doch, es gibt einen ejected slot. Cool. Okay. Okay. Ja, aber so geht das wohl nicht. Okay, dann muss ich das halt eben so machen. Äh. Warte mal, wie soll das denn gehen hier? Das geht nicht. Ach doch. Ah, sie können sich überspringen. Okay, gut. Alles klar. Ja, dann wird es doch was leichter. Aber nicht so, sondern nur so. Das ist okay. Das ist okay. Das kriegen wir hin. Okay, dann haben wir die schon mal am Platz. Sehr gut. Okay, dann würde ich gerne auf dieser Seite weitermachen. Blau ist schon richtig. So. Noch ein Blö. Warte mal so. Und so. Alles klar. Es wird. Es wird. Es wird. Es wird. Und, ach, das hätte ich auch anders lösen können, ne? Na, egal. So. Blau da hin. Und jetzt kommst du schon mal da rein. Du da raus. Wunderbar. Das passt schon mal ganz super. Okay. Den setze ich gleich mal in die Ecke. Und jetzt. Ihr seid irgendwie dran. Ja. Nee. Den muss ich nehmen. Und so. Und so. Na siehste. Give me more of them. Ja. Okay. Und du kommst. Oh. Ich finde es schon ein bisschen creepy. Nee. Nicht hier, sondern da. Ich finde es schon ein bisschen creepy. Hm. Mhm. Cool. Ja. Klasse. Ah, hier. Warte mal. Moment. Nee. Warte mal. The hook will help me through those things. Feel down. Er wird es schafft. Ja. Aber warte mal. Er ist so. Was? Wieso geht das nicht? Red wire. Es wird doch das Plus angezeigt. Also, warum kann ich die nicht miteinander kombinieren? Man weiß es nicht. Okay. Also, was? Ist so? Ach so. Es ist schon. Ah. Ja, okay. Das war meine Blödheit. Sorry. So. Oh. Was? Remove the clues by selecting the signal when it turns green. Okay. Da ist aber noch mehr. Da will ich auch dran. Elevator card. Okay. Douglas belongings. You thought Douglas was so nice. How naive. He's involved in this project just as much as the professor. He couldn't resist the temptation. But it serves him right. He finally experienced what his test subjects went through. Hm. The mastermind considered Douglas to be involved in this project. Did he death? Die Frage ist, warum sterben die Death? Oder was ist der Auslöser? So. Hier kommen wir nur noch ran, weil da das Ding da liegt. Also, ich denke nicht, dass es das Projekt alleine sein wird. Es wird einen Auslöser geben oder so. Sie sind alle tot. Ach so. Warte mal. Douglas ID Card. Moment. Das könnte helfen. So. Okay. Oh. Two Cards ID. Ah. Okay. M, M, M. Red Wire. Das Ganze kombiniert mit dieser schaurigen Musik unter und drunter. Nicht lecker. Nicht lecker. Nicht lecker. Okay. Was brauchst du denn noch? Du brauchst gar nichts mehr. Aber hier. Das geht. Da. Okay. Es wird nicht besser. Es wird echt nicht besser. I'm not touching anything. Nein. Don't. Don't touch. Don't touch it. Okay. Cool. Wow. Kann ich damit das da rausfummeln? Nee. Geht leider nicht. Okay. Aber du kannst erst mal da reinkommen. Jikes. Ah, Mann. Und da fehlt noch ein Schlüssel. Und hier. Jikes. Okay. Und du brauchst... Warte mal. Wo war der Jack? Nee. Der Jack war nicht hier. Wo war denn der Jack? Da war der Jack. Ah. Vorsicht. Boom. Na also. Oh. Na sowas. Ja. Warte mal. Da ist das Bild dran. Wo du da? Hm. I never felt the need. But the pins are totally useless. Okay. Die nehmen wir raus. Okay. Und die können wir irgendwie verbiegen. Ach. Um das Schloss aufzufummeln hier. Okay. Und dann wird gewimmelt. Herrlich. Komm. Den machen wir mal. Bandage, Pillow, Tortoise. Was ist Tortoise? Glasses, Pyramid and Boat. Ähm. Okay. Pyramid. Glasses, Bandage and Pillow. Bandage and Pillow. Ist das ein... Nee, das ist nix. Pillow? Nee, das... Ach so. Tortoise. Okay. Die können wir auch mitnehmen. Cool. Das machen wir gleich am Schluss. Ja, das machen wir gleich am Schluss. Pillow. Da ist ein Pillow. Bandage. Glasses, Boat. Bandage, Glasses. Bandage. Das ist keine Bandage. Bandage, Boat. Bandage and Boat. Bandage and Boat. Bandage and Boat. I don't see a boat. I don't see a boat. Da ist a boat. So. Und eine Bandage. I don't see a... Das da hätte ich gesagt. Das ist eine Bandage. Aber nein, das ist nicht. Das hier unten? Nein, auch nicht. Okay, machen wir weiter. Devil, Star und Flamingo. Devil, Star... Star? Ist das ein Devil? Nee. Star hier an der Kette? Nein. Da ist eine Bandage. Und ein... Flamingo, Devil, Kite. Sun on Stethoscope. Kite. Sun on Stethoscope and Devil. Devil. Who's the Devil? Not a Devil. Das ist ein Devil. Flamingo, Sun, Stethoscope. Das hier ist ein... Ach nee, das ist kein Stethoscope. Das ist ein für... Ein Blutdruckmessgerät. Da ist ein Stethoscope. So, die Sun ist dort. Und der Flamingo... Hm... Flamingo... Welches könnte ein Flamingo darstellen? Hm... Nein. Flamingo. Flamingo. Ach, Flamingo, da drüben. So, Fragments remaining. Eleven. Okay, sie müssen auch noch in einer bestimmten Reihenfolge drauf gesetzt werden. Okay, also dann du dahin. Nicht du dich dahin. Das auch nicht. Äh... Du könntest... Du könntest... Nein. Okay. Nein. Auch nicht. Es muss schon wirklich die richtige Reihenfolge sein, ne? Also wirklich, wirklich die richtige Reihenfolge. Ah... 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 Ne, du nicht dahin. Auch nicht. Okay, jetzt kommen erstmal die Grünen da drauf. Aber ist die Frage... Hm... Okay, du dahin. Cool. So nicht. Ein Auge, da kommt das ganz zum Schluss dahin. Erstmal müssen es... Also erstmal ein schmaleres Ding, ne? Okay, das hat funktioniert. Aber kommt der denn? Er kommt da dran. Okay. Dann die beiden größeren. Dann du. Dann du. Dann du. Und dann das. Okay. Wow. Kevin Reynolds. Ach was. Er hat hier auch eine Zugangskarte. Hm. Sollte er am Ende das hier kennen? Ne, warte. Was mache ich hier denn? Äh, da. Müssen wir hin. Ja, ganz cool. Oh nein. Hi. Oh. Ganz toll. It was real. Natürlich war es real. Selbstverständlich war es real. Okay, press the button. Ich trau mich nicht. Okay, get into lab. Oh my. A secret laboratory in the... In the depths of a hotel. What's been going on down here? Do know? Don't know? Und ich glaube, ich möchte es auch gar nicht wissen. Und das dann nehmen wir mit. Noch irgendwo eine Maske? Du bist deine Maske da, ne? Ne. I need a specific shape to unlock this thing. Yikes. Einfach nur yikes. So. Nichtsdestotrotz, wir sehen uns hier jetzt erstmal um, ne? Also, was haben wir da? Oh, it's too dark here. It's very dark in here. And here. I have nothing to light on. Da geht's nicht lang. Hier. Das hatten wir uns gut. Ja, okay. Bleh. A specific shape to unlock this. Was? Ach so. Ich brauche vor allen Dingen das Rad. Hm. Tja. Naja. Ist ja blöd. Ähm. Das muss erstmal repariert werden. I have to improvise. Zum Beispiel mit dem... Nicht mit dem Korken. Bist du so sicher? Okay. Good. I don't know what. I have to improvise. Was dann? Red wire. Äh. Anti-Rust-Spray. Ne. Und hier kommen wir nichts rein. Okay. Gut. Cool. Eine Menge Schlüssel finden. Naja, schön. Hm. Hat mir hier eigentlich alles abgesucht. Ob sich hier irgendwas noch bewegt oder so. Irgendein Special Feature. Hm. Das sieht nicht so aus. Was machen denn Einschlüssellöcher hier? Oi, oi, oi. So. Da. Guck mal. Äh. Rust. Natürlich. Es ist wieder Rusty Time. Mhm. Sehr gut. Hat funktioniert. Oh. Was ist so lange dauert, Detective? Äh. Ich arbeite dran. Hilfe! Hm. Okay. Ja. Es funktioniert jetzt. Ich kann weitergehen. Was? Was hat geworkt? Moment mal. Hier ist keine 5. Ist das die 5? Ach Gott. Da steht ja auch 4 drauf. Ähm. Warte mal. 4. So. Okay. Dann nichts. Eternity Confidential. Sonst haben wir hier nichts drin. Alles klar. Gut. Irgendwas in den Files. This looks like a log of those who participated in the Internet. Let's have a look. Genau. Das sind die alle. project customer, patient, the keys are all accessed, Kevin Reynolds. Er ist derjenige, der hier alles arrangiert, but why is the patient's name erased? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht, aber wir haben auf jeden Fall noch irgendwas. Was? Nö. Okay. Aber auf jeden Fall. Kommen wir hier jetzt weiter. Ja. Okay. Okay. No way out. No escape. Is that all you got? You can't scare me. No. Registry key. Okay. Okay. Also damit sollten wir jetzt hier reinkommen. Jawohl. Super. Okay. Neuer Raum. Neues Glück. The managed office, I guess. Lots of paperwork promises. Lots of information about the eternity project. Den nehmen wir erstmal mit. Copper mask. Ja. Sehen wir uns an. Sehen wir uns später an. Sehen wir uns hier nicht jetzt an. I set you free, lady lab red. I can fix which left the cage door. Oh, warte mal. Wir haben doch so. Das war nicht dafür gedacht. Ne. Ich brauche einfach nur einen Schalter. Okay. Sehr gerne. These slides look like a project research. I check them after the process of rain. It's safe. Genau. Wir sollten auch gucken, ob hier das da drin ist. Nämlich. Mhm. So. Die nehmen wir mit. Das nehmen wir nicht mit. I want to get into this drawer. Aber das sieht doch. Das ist flüssiges Glück, glaube ich. So. Warte mal. Hier. Flush light. Okay. Okay. Da kommen die Batterien rein. Perfekt. Sehr gut. Und. Oh. Mitten ins Gesicht. Oh man. Okay. Was haben wir hier noch? Ten Cent. Fifty Cent. Toll. Das nehmen wir mit. Puzzle Pieces. Sehr gut. Und sonst nix, ne? Ne. Wir haben Glück sonst nichts. Okay. Gut. Also. Die dunkle Ecke. Hier. Hier. Hui. Eine Mausi, die sich vor dem Licht fürchtet. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Da komme ich nicht ran. Ah. Haben wir aber nix bei. Wieso? Enough. Not enough grip. Dafür ist das nicht in Ordnung. Hm. Schade. Ich hoffe, die Taschen abhält lang genug. Aber jetzt. Drei. Okay. Wow. Wow. Sonst nix? Nein. Was ist denn das hier? Ah. Das Wheel. Ja. Nee. Nee. Warte. Doch. War hier, ne? Hier. Das Wheel. Warte mal. Du kommst da hin. Okay. Cool. Our Masked Friend doesn't miss a single opportunity to force care tactics. Allerdings. Hm. Yes. Max. Die werden wohl noch brauchen, ne? New tasks get into the archives. The Project Eternity Laboratory. Let's see. Wieso ist das hier? Warum ist das hier? Okay. Extracted. Oh, Gas. Oh, 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 oh. Können wir dich erst schnell mitnehmen? Nein. Was ist denn jetzt? Ich kann nix machen? Doch, jetzt kann ich was machen. Gas. Gerne. Okay. So. Now I've got to activate the ventilation system. Was ist denn jetzt? So. Na, das war ja easy. Das war ja fast schon zu einfach. Den nehmen wir mit. Stone Mask. Okay, lass uns mal gucken. So. Wir haben die Copper Mask. Lecker. Und die Stone Mask. Auch lecker. Ey, Alter. Okay. Schauen wir mal weiter. Mhm. Mhm. So. Und so nämlich. Eternity. Hier brauchen wir ein spezielles, äh, ein spezielles Screw. Das nehmen wir nicht mit. Da hinten haben wir noch irgendwas. Ah. Okay. Ah, hier guck mal. Dafür ist das Red Wire da. Ja, genau. Das passt exakt hier rein. Fingerprint. Und how do I find it? Nun, das werden wir wohl herausfinden. Hier brauchen wir ein Code und zwei Eternity Symbols. Okay. Da haben wir ja die Nummer eins. Und das nehmen wir auch. Ah, jetzt können wir mal gucken. Warte mal. Hier. So. Ähm. Das ist fertig. Wow. Wow. Picture Collection Hole. Wow. Ähm. Nummer eins. Nun denn. Hm. So. Oh. Hi. Ja, garantiert. Bäh. Bäh. Okay. Toll. Professor Renit. I come to rescue you. Jawoll. Käse haben wir schon mal am Start. Wunderbar. Ähm. Hier war da nicht ne Maus mit Käse? Und so können wir die... Ne, können wir nicht locken. Ah. Schade. Wo ist denn die Mausi? Hm. So too bad. Okay. Warum hat hier jemals ein Mittagessen fallen lassen? Ketchup und so. Äh. Hier ist nichts weiter, gell? Ne. Ne, wohl nicht. Okay. Wohl nicht. Zumindest für den Moment nicht. Registry. Hm. Ach, hier. Hier. Guck mal. Das ist erstmal für dich. Ja, genau. Oh, lass es dir schmecken. Oh. Danke. Okay. You've reached Project Eternity. Please hold. You are cursed to remain here for all eternity. Okay. Äh. I am being watched. Ja, natürlich bin ich being watched. Das ist der... Ich sag dir, das ist der Typ. Da gibt's überhaupt keinen Zweifel. Okay. Cool. Danke sehr. Äh. Das ist alles. Äh. Ja. Okay. Ne, wohl nicht. Okay. So, du kommst glaube ich hier dran, ne? Kann das sein? Ja. Okay. Wenn er seinen Evil Plan durchziehen will, warum gibt er uns so viele Hinweise? Warum beschäftigt er sich mit, ähm, mit uns? Statt einfach dem Professor, naja, hm, also zu machen, was er immer mit ihm machen wollte. Seems like this project was begun to do positive work, but fell badly off the rails. Okay. Ja. Cool. So. Wir haben eine Searched Clip. Ähm. Da... Kann ich dich damit irgendwie freischneiden oder so? Ne. Ups. Auch nicht. Okay. Hm. Kann ich hier irgendwas mit klippen? Ne, kann ich nicht. Kann ich da irgendwas mit rausziehen? Das geht. Okay. Naja, immerhin. So. Und wir haben einen wunderbaren Schalter bekommen. Den Master Switch. War denn... War das nicht hier? Warte mal da. Ne, das war nicht hier. Ähm... Ne, war das nicht. Hier auch nicht. Da gibt's ne Plus Minus. Hier auch nicht. Aber hier. Na. Na also. Juhu. Achso, ein Wilme Bild. Ja, sehr schön. Projekt Eternity. Patient Nummer 5. Terence Irving. Aha. Interessant. Patient Nummer 5. Ist aber sehr dunkel hier. Ich krieg's den hier mal heller. Eternal. Project. Lalalala. Wo gehen dann hier mal die Lampen an? Hm. You will all be dead. Hm. Klar. Immer diese Versprechen. Also wirklich damals da. Project Eternity. Patient Nummer 5. Terence Irving. Project Eternity. Terence Irving. Ja. Project Nummer 5. Der Soldat, ne? Wir sollen die 5 finden. Da. So. Amination of the patient's physical condition after injection of the vaccine. The vaccine. Das ist ein Respirator. Das zählt nicht. Das hier. Ne. 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 Seine. Hier. Ja. Wie fühltest du, Herr Irving? Ich hatte ein dritter Traum dieses Morgen. Ich hatte keine Hände. Aber ich konnte sie fühlen. Hände. Okay. Es war nur ein Traum. Herr Irving. Was hat dich auf dieses Projekt zu sein? Ich möchte mich als stolz als mein Bruder sein. Schau an diese Fotos. Das war uns ein paar Jahre vor. Ich sehe, dein Bruder ist ein Militärer. Ja. Ich wollte immer wie ihn sein. Aber meine Krankheit hat mich zurückgebracht. Aber dein Leben wird sich verändern, Herr Irving. Du wirst bald wiederfinden, Herr Irving. Ja. Und es wird auch nicht schlecht für dich für dich. Every newspaper in der Welt wird darüber sprechen, wie du kannst die Millionen Menschen schützen. Vielleicht. Es ist noch zu früh für die Anerkennung. Erstens. Wir müssen warten für die Testen. Herr Irving. undo! Eich friede! Do you need an inhaler? Okay, da. Dabl. Mr Irving, what´s happening? Someone get me a phone. This is a code 3. I repeat. Code 3. Work note. Project eternity. Patient number 5. Terrence Irving is dead. Das ist der Bruder, ne? Das ist der Bruder. Kamera. Okay, also der Typ macht das. Das ist der Sicherheitsbeamte, der Ex-Militär-Dings- Beamte, irgendwas, der seinen Bruder hier rächen will. Just want me up. Okay. So, was haben wir denn hier drin? Äh, alles, was? Was? Okay, das nehmen wir mit. Da ist ja auch völlig wenig drin. Wo war das nochmal? Hier, ne? Ja. Okay, immerhin. Ah, sehr gut. Einen Schlüssel und den Fingerprint brauchen wir noch. So, der kommt hier ein. Ja, sehr gut. Okay. Was haben wir denn hier? Oh. Ten Pennies und hier kommen noch die Buttons rein. Nun, Registry, hier, ne? Ja. So, zehn. Okay. Okay, du. Damit lasse ich dich frei, so. Ja. Wenigstens einer von uns kann hier rauskommen. Ja, viel Glück. Das nehmen wir mit. Den Code haben wir gesehen. Äh, hier. Und dann, ich glaube, da. Ja. So, also, drei. Geht das auch in die andere Richtung? Nein. Drei, neun, fünf, sieben. Okay. Was soll ich tun? Info. Move all the buttons in the positions shown. Sehr gerne. Also, du ungefähr da hin. Du ungefähr da hin. Ähm. Dich nehme ich erst mal da oben hin, damit ich dich da unten hin bringen kann. So, und du dann. Geht das auch so? Nee, immer nur einen Schritt weiter. Okay. So, du kommst so circa da hin. Da mal spielen. Oh je. Ja, das ist eine Weile her. Aber, ja. So. Und da, du da hin. Und du hier unten rum. So. La, 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 la. Und da hin. So. Aha. Ein Schlüssel. Ein, was? Lab Assistance Key. Also, der wird wahrscheinlich hier reinkommen, ne? Ja. Okay. Das haben wir schon mal. Was ist da rausgekommen? Patient's Profile. Ach was. The patient's profile should provide some insights. Von Mr. Irving. 77. Consents for vaccination. Confidential. Hm. Unsuccessful. Das ist alles, alles rausge... Ach, wissen. Send monetary compensation and a letter of confidence to patients next of care. Kein. Ja. Aha. Das wird eben dieser Bruder gewesen sein, ne? Und damit können wir einen Fingerabdruck nehmen. Die Frage ist nur, von wo? Hm. Wo? Da ist ja ein Fingerabdruck drauf. Na, sieh mal eine an. Na, sowas? Da war aber jemand unvorsichtig. Ja. At Archive. All data for the project is stored in this archive. I need to find out what Project Eternity was all about and what motivates the masked men. Ist das nicht schon klar? Also, ich meine, ganz im Ernst, ist das nicht schon klar? Also, es ging bei Project Eternity um, äh, darum ein Mittel gegen Cancer zu finden, gegen Krebs. Und, ähm, naja, es hat nicht in allen Fällen geklappt. So, hier brauchen wir drei verschiedene Schalter. Jo, alles klar. Okay. Da oben. Looks like a ventilation shelf. The kind of crawl in two. If you have to. Okay, ich möchte noch nicht. I can unscrew this. Where's my two? I need to reach the security camera. Kein Problem. So, den Button haben wir schon mal. I need to reach it. Warum? Möchtest du dich für jemanden unsichtbar machen? Hm, 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 Eternity. Ach, hier sind auch keine Knöpfe drin. Mann, 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 Mann. Oh, warte mal. Aber den einen können wir da schon mal reinstopfen? Naja, siehst du. Immerhin. So. Ähm, du kommst hier. Ne, äh, hm. Warte mal, was? Hier, da kommst du rein. Okay, das ist ja schon mal was. There's no button. Doch, da ist ein Button. Hier ist aber kein Button. Hm, hm. Ähm, Ventilation System Plan. Warte mal, hilft uns das? Noch nicht. Ich muss wahrscheinlich das hier erst abdingsen. Glasfigurin und Kork. Ja. Hm. Aber wie weiter? Das weiß ich jetzt nicht. Können wir mit dem Korken improvisieren? Oh, das geht tatsächlich. Okay. So, und hier wissen wir noch nichts mit anzufangen. Und außerdem ist da auch noch ein Chip missing. Hier unten. Du kommst da rein. Und? Cool. Was? Get eternal emblem of the pipe by using the magnets. The arrow in mankind's direction you can move the emblem. Okay. Nee. Ach so, okay. Das wirkt sich immer auf das gesamte Spielfeld auf. Ja, okay. Okay, so. So. Wo muss ich eigentlich hin? Da oben. Ziehen. Und ziehen. Und hier ziehen. Und schieben. Nochmal schieben, bitte. Nochmal schieben. Und dann... Boah, das könnte passen. Und hier ziehen. Und dann da ziehen. Und nochmal hier ziehen. Yeah. Uh. Wir bekommen gleich zwei Teilchen. Was ist das denn? DNA Shape. Okay. So. Nummer eins. Äh, ein Klöppel. File Handle. Mhm. Klar. So. Der Knöppel kommt hier rein. Einen haben wir schon mal. No more seals to find. File Handle. Oh, warte mal. Können wir damit die Kamera kaputt machen? Nein, leider nicht. Hm. Was ist hier? Ach so, da ist das Ding. Aber vielleicht wollen wir uns den Film noch angucken. Ach, wohl nicht. File Handle. Wo kommt denn ein File Handle wohl so rein? Hier haben wir... Äh, warte mal. Können wir den reinstopfen? Nein. Hm. Ach so. File Handle. Ja, das heißt ja auch File. Okay. Ja, schon gut. So. Ähm. Was können wir frei... Oh, nee. Die Maus haben wir schon freigeschippt. Und hier können wir nichts kaputt machen. Hier können wir die Kamera abfeilen. Können wir nicht? Warum nicht? Okay. Muss ich genau da dran sein? Nee, das ist es nicht. Hm. Na schön. Aber wir hatten ja noch... Wir hatten ja noch den Raum hier. Ähm. Hier ist... Das können wir nur sehen, weil das Ding da drin ist. Und ansonsten sind wir hier scheinbar durch? Fragezeichen. Das sieht ganz so aus, ne? Können wir hier echt nichts abdingsen? Nee. Nee, wir kommen da nur dran bei der... Weil die Schrift... Also, weil der Newspaper da drin ist. Okay, das funktioniert nicht. Hier könnte ich... Oh, das geht. Gut. Okay. Warum geht das? Ist das eine gute Idee? Pipepiece. Hm. Ja, weiß ich noch nicht so. Ähm. Pipepiece. Was machen wir dann mit dir? Hm. Kann ich da hier oben dran rumbogen? Oh, tatsächlich. Aha. Habe es kaputt gemacht. Video-Arc. Rekord. Patient No. 5. Set monitor dials to authorize setting. Okay. Was ist da mit? Laborator. Observation. Pace. Eternance. Airbnb. Oats. Video-Arc. Maitem. Crucial information. Oh. Eine Information ist ja auf jeden Fall drin. Nicht hilfreich, aber hey. Okay. Nummer 2. Ach, sehr gut. Okay, dann sind wir hier nämlich auch durch. Yeah. Und das nehmen wir auch mit. Was ist das? Hint. Aha. Na gut. Na gut, wenn du meinst. Das ist für hier. Sehr gut. 2 von 3. Ähm. Ja. Was hier? Ach so. Hoho. Okay. Info. Do what you told. Activate each button number time shown in the hint. 1, 2, 1, 3, 4, 5. 1, 1, 2, 3. Guck mal. Oh nein. Oh nein. Ist er das? Oh nein. Was? Was ist da los? Okay. Also, wir sollen finden. Ein Abdruck von einer Hand. Ein Hammer. Ein Reflexhammer. Da ist er. Was immer das da ist. Und das hier könnte das sein. Und da ist der Abdruck der Hand. Eine Schrift. Eine Maske. Ein Stück von diesem Eternal Zeichen. Und ah, hier das da ist das. Ah ja, okay. Ähm. Das Stück von dem. Die Musik passt hier gar nicht dazu. Weil es das so eine fiese Situation hier ist. So, ein Button da. Ein Seil. Ein Männchen. Ähm. Hier. Ein, äh. Ah, hier. Genau. Blutdruck messen. Ähm. Das da. Ist das das? Nee. Ist das das da? Auch nicht. Was ist das? Ah, hier ist das Röhrchen. Und, ähm. Du bist das da? Auch nicht. Was kann das sein? Hm. Oh. Oh. Ach so. Oh nein. Wieso sehe ich das in der Nahansicht? Der steht doch davor. Oh. Patient number five, Dickies. Äh. Okay, wir haben den. Boah. Das war also der Bruder. Okay. Ja. Ach Mann, ey. Was? Was soll ich tun? Ähm. Interact with each of the super puzzle. If you don't know what to do next, use the puzzle hint button. Okay. Probieren wir es mal mit eins. Nein. Vier. Okay. Gut. Ihr müsst tauschen. Ihr auch müsst tauschen. Und... Ne. Moment. So. Und da. Und da. Rias must die. Warte mal. Ich habe das noch nicht gesehen. Ach Mann. Fünf. Sechs. Da passiert nichts. Ah, okay. Die nächste Kombination finden wir. So. Was jetzt? Die Spritze zu dem Patienten bringen. Ja. Äh. Da. Nach unten. Nach dort. Oben. Da. Und runter. Okay. Ja. Gut. Das muss vier ergeben. Okay. Fünf. Drei. Das ist easy. Ne. Warte mal. Das sind jetzt zwei, ne? So. Und dann haben wir vier. Okay. Oh. Eine Fünferkombination. Also was. Zwei. Vier. Ne. Nein. Okay. Äh. Ach du liebe Zeit. Ähm. Okay. Fangen wir vielleicht mal mit dem hier an. Ah. So. Ne. Ja. Okay. Cool. Ja. Ja. Aber was genau soll ich erreichen? Einfach nur, dass das hier voll ist, oder was? Okay. Fertig. Gut. Was hat das hier zu bedeuten? Alle Felder geöffnet haben, oder wie? Okay. So. Ja. Ist gut. Und das hier. Was bedeutet das? Die sind doch schon richtig. Was möchtest du, was ich hier tue? Weiß ich nicht, was ich hier tun soll. Die sehen schon richtig aus. Ne. Interact. Ja, super. Aber was soll ich hier tun? Ja, was soll ich hier tun? Hm. Ich kann da drauf drücken, dann passiert nichts. Ich kann daneben drücken, dann passiert das. Bin ich sicher, was ich hier tun soll? Da nichts. Okay. Wo soll ich hin? Find all the pairs to complete the image. Weißt du, sowas wie das und das? Hä? Ne. Was? Ach so. Ach so. Ach, okay. Okay, okay. Ja, das ist cool. Ja, ja, ja. Das ist cool. So. Du bist der da, 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 da und hier. So. Okay, cool. Noch eine Lösung. Noch eine Nummer. Vier. Nein. Vier, zwei. Vier, zwei, fünf. Vier, zwei, drei. Vier, 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 zwei, eins. Vier, zwei, eins. Drei, sechs, fünf. So. Okay, die kann ich drehen, sodass die zusammenpassen. Das ist fest. Das ist schon mal gut. Gut, das heißt, hier muss unendlich sein und da muss auch eins von den beiden unendlich sein. So könnte es funktionieren. Hier gibt es nur eine Lösung, da gibt es nur eine Lösung. Das heißt, das hier ist schon mal nicht so ganz... Ach so, warte mal, halt. Ne, so. Aha. Okay, zweimal endlich. Gut. Ich weiß. Ich bin glücklich, dass du so viel über Projekt Eternity wißt. Also jetzt wißt du, dass dieses Projekt ihre Patienten tatsächlich tatsächlich nahm. Sie haben alle geschehen. Meine Maske ist ein Symbol meiner Verdeckung. Alle Patienten haben ihre Gesichter verloren, nach allem. Aber es ist nicht wichtig, dass ich nichts zu schützen habe. Ja, aber was habe ich denn mal mit zu tun? Okay, was habe ich denn damit zu tun? Und außerdem, der Bruder hat volontiert... Oh, weg ist er. Okay. Wow. Okay. Oh no, it must be Terrence, who's trying to stop me. Ja, escape. Ah, danke. Ja, vielen Dank für diesen heißen Tipp. Ähm, ja, aber komm, das ist also... Boah. Weiß ich nicht, das ist so ein bisschen... Oh, weiß ich nicht. So, also. Geradeaus nach rechts, nach links zweimal geradeaus. Also, geradeaus nach rechts, nach links. Äh, hier kann es nicht sein. Das kann auch nicht sein. Hä? Kann ich die Karte nochmal sehen? Mist. Okay, also das ist es nicht. Nach hier war es auch nicht. Okay, cool. Das war ja eigentlich ziemlich eindeutig, ne? Wenn ich das mal sagen darf. Okay, so nicht. Wir müssen offensichtlich alles ausprobieren. Nein. 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 Geradeaus. Also hier geradeaus. Hm. Nein. Geradeaus. Ich habe schon noch genau mehr, wo wir sind. Und die Anweisungen waren eindeutig, also. Da, guck mal. Na, Mensch. You tell us find a way out of the ventilation room. Piu. Looks like I gave the creature a slip. What was it Terrence? Whoever it was, once my dad. Me dad. Aber die Frage ist, warum? Wieso? Was habe ich damit zu tun? Äh, von... Programmes. Blah. Ja, ja, ex. Hm. Was haben wir denn hier? Da fehlt mir ein Code. What do I press here? Ich habe nur... Oh. Okay, Puzzle Piece. 1 von 5. Gold. Sehr schön. Aber mehr haben wir da auch nicht. Was ist hier? Da komme ich leider nicht ran. What can I do? I've got to patch the hole. Natürlich. Da ist auch noch irgendwas. Uh. Das war bestimmt total gut. The Connection is broken. Natürlich. Hm. Und hier haben wir auch noch was. Da ist natürlich auch kein Button drin. War so klar. War so klar. Okay. So. Aber erst mal der hier. Damit können wir den da aufdrücken. Ja. Das geht tatsächlich. Gut. Aha. Da haben wir den Button. Und die Hälfte davon. Und den Schriftzug. Und einen Schlüssel. Mann, 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 Mann. Also erst mal hier den Aufzug. Zack. Erstaunlich. Dass sowas geht. Warte mal. Das ist alles. Oh. Da ist jemand drin. Terrence is trying to find me. I should be more careful. Ja. Code. Warte mal. Code für hier. Oder was? Nee. Nicht so direkt für hier. Okay. Für da irgendwas. Nee. Komm mal nur noch zurück. Ich komme auch gar nicht mehr zurück. Cool. Toll. Aber warum ist... Ich habe noch nicht gerafft, warum Terrence hinter mir her ist. Weil, naja, also... Das nehme ich auch mit. Und da komme ich leider nicht ran. I need something skinny. Nicht das da. Set of symbols. Okay, das müsste hier aber funktionieren. Ja, guck mal. Wunderbar. So, also... Den... Und... Den... Und... Den... Und den... Und den. Aha. Okay, cool. A project's logo is missing from here. Mit dem Lineal. Komm mal, beim da dran. Ah, okay. Da liegt doch noch was. Ich sehe das doch genau. Aber dazu muss ich das erst mal... Erst mal... Abschrauben. Nun. Mhm. Vielen Dank. Halt, wieso kann ich da immer noch dran kommen? There must be a spacebar for the keyboard lying around. Was? Ich habe das doch gerade... Was? Sie war doch eben noch da, also... Mhm. Cool. Das ist eine spitzen D. There must be a hotel's main electrical room. I feel quickly to find a professor. Das nehmen wir mit und das nehmen wir mit. Wendy Go. Yes. Wendy Go. Da ist der. So sieht dann Wendy Go aus. Alter. Okay. New task. Explore the patience room. A patience room. Nicht... Den patience room, sondern einen. I need to get rid of this boat. Gut. Kann ich Hilfe rufen? Nein, kann ich nicht. Toll. Oh, warte mal. Aber hier, guck mal. So, das ist schon mal gut. Und da ist irgendwas dahinter. Hilf mir aber im Moment nicht weiter. Hm. Naja. Sieht nicht sehr verlässlich aus. Haben wir noch ein Bewegeteilchen hier? Nee. Hm. What can I use to privacy it open? Tja. Weiß ich nicht. Also, boah. Das nehme ich mit. Oh, damit könnte ich das Ding aufpumpen. Das ist schon mal gut. Aber ich brauche noch Flickzeug. If I'm not mistaken, this needs another fan. Und das braucht auch noch den Knopf. Aha. Immerhin, das ist fertig. Aha. A spacebar. Die kommt hier einfach so raus. Cool. So. Machen wir das doch mal so, ne? So. Mhm. Die Tastatur ist so dankbar, dass sie mir direkt einen Wire gibt. Äh. Ja. Und was jetzt? Okay. B- B- Ein Wire-Piece? Was? Kann ich damit hier drin rumfummeln, oder was? Tatsächlich. Dass sowas funktioniert, ich weiß ja nicht. Naja, gut. Players. Äh. Nee. Dafür wäre das eigentlich super geeignet. Aber nicht in diesem Fall. Hier ist auch nichts weiter, ne? Was man noch so nebenbei aufsammeln könnte. Nee. Äh. 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 Es ist nur eine Puppe, es ist nur eine Puppe. Oh, ich find's toll. Halt mal einen Moment, damit kommen wir doch hier ran, oder? Nee, da kommen wir nicht hier ran. So, hier kommen wir auch nicht ran. Da können wir das... Nee, das geht leider auch nicht. Was ist denn hier oben? Kann ich damit irgendwas drinnen wegzuppeln? Nein, leider nicht. Kann ich das aufdrücken? Auch nicht. Ah, Bootcutter und Glasfügel wehen. Ah, ja, schön. Ist sehr cozy hier. Sehr, sehr cozy. Aber ich weiß nicht, ich weiß nicht. Pupp. Ja gut, aber was soll ich damit machen? Ähm, ich wüsste nicht, was ich hier mit den... Nee. Nee. Ach so, doch, warte mal. Hier hinten vielleicht. Ah. Das funktioniert. Ja, sehr gut. Den nehm ich mit. Vielen Dank auch. I always have to unscrew things. Ja, es ist mir auch ein bisschen lästig, ehrlich gesagt. Ah, der ist aber ganz schön schnell unterwegs. Das nehmen wir mit. Und was ist hier? Gar nichts. Wir haben es nur heilig gemacht, damit es hinterher richtig kaputt geht. Schön. Na schön. Und da gehört irgendwas rein. Flat Metal. Ähm, kann ich damit hier das aufbiegen? Das scheint... Ah, es geht. Okay, das haben wir schon mal. Ah, the box won't open without the third spring. Tja. Nun. Was soll ich sagen? Hallo? Ist jemand da? Oh. Das ist sowas von kaputt. Okay, da haben wir die Spring. So, ka-ching. Und jetzt... Kann ich ka-ching? Ah. Ja, ich kann ka-ching. Da wird gewimmelt. Hey! So, uncover the pairs. Oh ja. Endlich mal wieder sowas. Okay, also eine Zange und ein Maßband. Und ein Pinsel und ein Dings. Okay, Zange ist... Nee, das zählt nicht so. Das zählt nicht zusammen. Na schön. Maßband. Maßband. Okay. Äh, den hatte ich hier gesehen. Der Pinsel. Oh, weiß ich nicht mehr. Hier? Nee. Da ist die Zange. Wo ist denn der Pinsel? Oh. Okay. Da ist der Pinsel. Okay. Two pairs left. Da ist sonst nichts weiter dahinter. Die Musik ist hier viel zu beruhigend. Zange, Zange. Und jetzt noch... Aha. Sein und sei. Sehr gut. Und wir sollen... Was ist das? Äh, das hier, ne? Ah, der Zwei... Ja, 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 ja. Sehr gut. Da können wir das Ding zusammensetzen. Ah, geht das so? Ja, es geht so. Alles klar. Bolt Cutter. Hm. Okay, das ging nicht... Das hast du nicht alleine hingekriegt. Mann, Mann, Mann. Oh boy. Long way down. I better soft more landings. Okay. Was haben wir hier drin? Super. Super. Glue. Immer gut. Und was ist das? Patch. Ist der Patch... Patch reicht das? Nee, das reicht nicht. Aber was könnten wir denn... Oh, warte mal. Doch. Ja, ja, ja. Natürlich hier. Erst mal mit... Nicht mit Glue einschmieren. Erst das drauf. Falsche Reihenfolge. Ich sag's nur. So, und jetzt kann ich das aufbumpen. Sehr schön. Ja, guck mal. Okay. Hier mach ich's mit ihm und Haare aus, bis die Polizei kommt oder so. Hm. Na? Und es geht runter. Herrlich. Ja. Alter. Das ist hier ein Patient's Room. Get out of the Patient's Room. Ja, du wolltest ja unbedingt da rein. Kletter hier an dem Schrank hoch. Meine Güte. Okay. Patient Nummer 5. Terence Irving. Wollt ihr... Ja, er ist ein Freiwilliger. Er hat sich freiwillig dazu gemeldet. Also, bitte. Was? Das war alles, was wir darüber rausfinden? Tatsächlich. So, ist denn hier noch irgendwas Aufregendes? Da? Nee. Ach, das braucht wieder ein Special Tool. Und hier steht auch drauf, welches. What should go here? It's locked. Das ist alles kaputt. Mach mal das Licht aus. Hm. Und hier fehlt's wohl nix. Aber hier hängt glücklicherweise das rum. Irgendwas mit zwei. Oh. Er ist hier. Was ist da sauer? Was ist da? Terence. I've been trying to... He's been... I bet he's trying to find me. Ja, aber wieso? Weil wir ihn nicht beschützt haben, oder was? Es war sein eigener Bruder. Hallo. Hook. So, was können wir denn machen? Mir fehlt erstmal so ein Dings da. Und hier fehlt auch ein Dings da. Hm. Toll. Das ist nur das. Na, na, na. Hier können wir's auf... Oh, hier. Ja, Puzzle Pieces. Sehr gut. Cut. Reicht das hier zum Cutten? Nee, das reicht nicht zum Cutten. Bleh. Ey, was ist mit denen alle nur passiert hier? Was hat das verursacht? Was hat das... Warum gab's so eine starke Reaktion? Hm. Hm. Nee, ich denke nicht. Hm. Ich denke auch nicht. Oder? Nee. Nein. Hm. Haben wir hier denn hier auch irgendwas? Da, ja. Ah, wir brauchen noch das Dingens. Aber wie kommen wir da ran? Tja. Hier. Ich könnte die Münze da so hinter wegziehen. Aber... Es geht nur... Das geht so nicht. Okay. Anders komme ich da nicht ran. So, wo machen wir weiter? Hm. Es gibt ja jetzt nicht so viele Möglichkeiten, ne? Irgendwas, was ich hier noch mehr kaputt machen kann. Da geht's runter. Hier könnte ich irgendwo dran rumzuppeln. Hier braucht's die Nummer. I have to unscrew this. Ja. Aber ich komme hier in den Werkzeugkasten bedauerlicherweise nicht mehr ran. Okay, also wenn hier nichts mehr ist, dann hier unten. Hm. Hm. So, und hier sagst du, ich komme da nicht ran, ne? Nee. Natürlich nicht. Ein Hook. Was mache ich denn mit dem Hook? Hucki, Hucki, Hucki. Okay. Da oben nichts. Äh, my only escape room is the missing button. Hm. So, und hier könnte ich, warte mal, komme ich da mit dem Hook ran? Oh, das geht. Okay. Super. Hat ja spitze geklappt. Was kann ich damit machen? Ah, sieh an. Äh, und damit könnten wir hier in dem Schloss rumfummeln, oder? Eigentlich ist man nicht. Tie Clip. Hat sogar dieselbe Farbe. Unglaublich. Ähm, Oil Can. Irgendwas zum Einölen. Tja. Nun. Nein. Puh. Irgendwas zum Einölen. Was fehlt denn mal hier? Was müsste denn mal geölt werden? Hm. Das hier könnte mal geölt werden, aber das ist es nicht. Nein, das ist es wirklich nicht. Tja. Schade. Okay, irgendwie bin ich jetzt noch nicht so wirklich weiter, ehrlich gesagt. Hm. Wir fahren hier munter mit dem Aufzug runter. Hier passiert gar nichts. Äh. Ja, kann ich das hier rucken? Auch nicht. Hm. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Das ist ein zweites Teil des Codes. Ja. Okay. Oil Can. Was kann ich denn hier mal wegölen? Wegemissen. Doesn't work with the specific part. It's locked. Natürlich ist es locked. Das ist nicht geeignet. Einen Hinweis finden wir. Einen Hinweis gibt es hier nicht. Hm. Schön. Da unten komme ich nicht weiter rein. Mit der Ölkanne werden wir hier auch nicht weiterkommen. Das sieht aber noch aus, als könnte man es aufreißen, oder? Tja. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Hier kommt auch nichts rein. Könnte ich da rucken? Auch nicht. Oh, it's rusty. Okay. Dieses nicht. Das ist nicht mehr rusty. Eh, das würde ich jetzt aber nicht anfassen wollen. Also ganz ehrlich. Oh. Na guck. Was kommt? Wo kommt das denn her? Okay. Halt. Äh, doch ist richtig. So, Eternity. Na sowas. Eternity Project The Beginning. Ah. Together to a better world. Warte, 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 warte. Das ist El Professor, oder? Who is the man shaking the professor's hand? Ja. Also er ist ja nur der Geldgeber. Na können wir das nochmal festhalten. January 1977. Die C&K. Okay. Sign in Sponsorship Contract. Direkt. Okay. Aber, boah. Naja, gut. So. Erstmal hier ran. Und dann gehen wir unten auch noch ans Telefon. Zack. Na guck. Das ging nur so. So. Und jetzt sind wir hier fertig. Ja. Okay. Aber hier ist mir noch eine Schraube. Mhm. Genau. Und du kommst auch mit. Bist genau das richtige Teil. Nämlich hier. Hierfür. Sieh an. Ein Minispiel. Äh. Es war aber laut. Rotate the circles. So turn the... Was? Turn off the correct and all indicated lights. Then turn on the main pole with the switch. Turn off. Ach so. So. Äh. Ja. So nicht. So aber. So. So. Und hier. So. Nee. So. Auch nicht. Hä? So. Okay. Cool. Aha. Secret. 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 Hier sind wir... Brauchen wir hier noch was? Ach ja. Die Nummer. Ja. So. Du kommst da unten dran. Hammer. Wie das alles funktioniert. Äh. Terrence was exactly after being wasted. But at what price? The vaccine seems to work. This is a miracle day for me. Now I can begin my wife again. Make a fresh start. Hm. Nun. Naja. Das ist immer noch locked. Warte mal. Da kommt ein small slider rein. Der ist nicht für hier. Der ist auch nicht für... Auch nicht für hier. Nee. Aber wir können das Kissen aufschnippeln. Das ist ja auch schon mal was. Guck mal. Na. Und. Äh. Und du kommst da rein. Du kommst nicht da rein. Da kommt ein Foto rein. Ah. It's terrorist library. But what exactly happened? Hm. Tobias has always wanted to join the army. But some kind of... Be some kind of soldier. When we were kids, he was always better than I was shooting a slingshot, a bow, anything. I'm so proud of him. I wish I could be brave. But I'm a crore. Ja. I failed my final exams and so I'm afraid to tell Tobias. He pays my tuition and all my expenses and I just screw everything up. I'll fix this. I swear. Just as soon as I deal with the stupid health issues I'm having. Die. Nimm das nicht auf die leichte Schulter. Es ist so. It's cancer. Ja. Es ist Krebs. Doctor says I've got a little to no chance to beat this. Oh. I'm lost. Tobias asked me to be strong. Easy for him to say. I made me a coward but maybe I'm ready to leave this meaningless life. The eternity project has accepted me. It's a secret medical project that's developed. Oh. It's a secret medical project. Das heißt also es war nicht von der FDA zugelassen. Na toll. It's the Olympian vaccine for cancer. Ja, aber das ist nur eine Impfung. Das ist nicht eine Cure. It's my only chance. I will beat this and Tobias will finally be proud of me. 613 und ein Stück vom Foto. Kann ich das da schon einsetzen? Ja. Okay. Gut. Aber wer war denn der andere? 613. Äh, hier. So. Ah, guck an. Na, sieh mal einer guck. So. Okay. Was muss ich machen? Neutralize the pressure by twisting the tabs and watching the meters. When you twist one on the tabs Das wird die anderen beeinflussen. Du musst ein bisschen weiter in diese Richtung. Ja, das reicht auch, ne? Na, 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 ein bisschen. Okay. Das war zu viel. Okay. Warte mal. So. Ja. Ne, na, 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 na ja. Noch ein bisschen mehr. So. Vielleicht. Der Oberrück bewegt sich mehr als der untere. Okay, reicht das schon? Das beeinflusst die beiden und das beeinflusst die beiden. Okay, dann gehe ich mal nur mit dem hier. Noch ein bisschen mehr. Ja, reicht. Komm, es ist alles fast null. Es muss reichen. Nah genug dran. Okay, das war nah genug dran. Gut, und jetzt können wir um Hilfe rufen. Ne, da fehlt immer noch ein Teil. Okay, ran ans Telefon und jetzt 8, 5, 6, 1, 9, 3. Cool. Okay, nur der Buton. Ja, komm schon. Okay, die zwei. Die zwei. Es muss... Oh. Oh, das ist nicht gut. Terrence, again. I got to beat my toes. Oh, ja. Okay. Nur die zwei passt hier rein. Nichts anderes. Ist das so gut, wenn er da draußen ist, hier jetzt rausgehen zu wollen? Ich weiß ja nicht. New tasks. Hmm. No security cameras here. But Tobias and Professor must be nearby. Okay. Die nehmen wir erst mal mit. Endless Mask. Oh, warte mal. Dieser Buton. Das ist aber nicht der hier, ne? Nein, das ist nicht der. Gut. Haben wir noch irgendwas secret? Secret, secret, see? Okay. Aha. Schön. Sie wissen also, dass wir hier sind. Cool. Ja, irgendwas. Oh, meine Güte. Da. Da siehst du. 12 von 20. Habe ich alle entdeckt? Ich bin unsicher. Erdnement missing piece of metal. Ja. Und was haben wir hier? Oh, okay. Okay. Das scheint gut zu gehen. Freezing is there. Won't work. Ja, natürlich. Und hier fehlen noch verschiedene Buttons. I'm a killer gas here. So, irgendein Code benötigen wir noch. Und... Ach du liebe Zeit. Das könnte ich rauszuppen, wenn ich es denn rauszuppen könnte. Ich habe aber nur... Ach, warte mal. Geht das mit dem Hook? Das geht. Naja, immerhin. It needs a regulator. Und pressure gauge. Ja. Okay. Also, erst mal hier. So. Und press. Was ist da drin? Oh, da sind ja die beiden. Hm. Hm. Ah. Guck mal einer an. Was mehr war da nicht drin? Oh, schade. So. Also. Info brauchen wir nicht, ne? 5, 9, 7, 4, 2. Das nehme ich mit. Das nehmen wir mit. Ach, du liebe Zeit. Tobias hat planen everything and reequipten the hotel. Und da braucht es ein Key. What is Tobias hiding here? Weiß ich nicht. Was machen wir kaputt? Alles. Einfach alles. Einfach komplett alles. Hm. Hm. Okay. Wo kann ich denn hier nochmal... Da könnte ich noch... I can break it easy. Echt? Okay. Du weißt schon, dass du damit in den Raum einbrichst, wo der Typ ist, ne? Ach, naja, gut. Okay. So. Wir sind Finn. Blood. Prism. Respirator. Okay. Blood Prism. Prism of Seer. Blood. Könnte das da sein? Nein, ist es nicht. Das ist Blood. Respirator. Oh je, oh je, oh je. Respirator. Puh. Weiß ich nicht. Aber was können wir hier gucken? The metal cap has missing some pieces. Ach, die habe ich. Ach so. Okay. Yikes. Butterfly Skeleton Sunglasses. Das zählt nicht. Sunglasses. Butterfly. Und das Skeleton ist hier. Oh. Ach, das war der Respirator. Ich hätte auf Gasmask getippt, aber gut. Film Reel, Photoslides and Brain. Hier oben ist Brain. Photoslides. Da. Film Reel. Dort. Microscope, Suitcase and Molecular. Microscope. Und Suitcase. Suitcase da oben. Okay, cool. Gotcha. Yes. Pepsilis will come in handy. Das ist ein einfacher Heizungsregler. Was? Okay. Na ja, gut. Wenn du meinst. Ähm. Warte mal. Der kam hier hin, ne? Ja. Okay. Gotcha. Da fehlt immer noch was. Oh. Er ist hier. Oh. Juhu. Warum bist du hinter mir her? Okay, das war zu billig. So creepy. He always seems me... Ja. War ich aber nett. Okay, das nehmen wir mit. Den können wir hier einsetzen. Sehr gut. Ein Stückchen weiter. Immerhin. Noch ein Schlüssel für Tee. Ah, warte, warte, warte. Hier oben, ne? Ja. Ja. Und was haben wir da drin? Eine Watch. Was? Wieso habe ich eine Watch? Was ist mit der Watch? Pepsilis is Irving for Dedication. Kr. Was? Der kommt da hin. Das war da drin. Okay. Was muss ich tun? Place the force line in the correct positions. Also unten, oben. Unten und der oben. Ne. So ein Drecksding. Okay. Achso, nee, warte mal. Die müssen, wo die drei Dinger sind, hin. Den weiß ich noch nicht. Oh, Mist. So. Ah, okay. Okay. Gotcha. Haha. Gotcha. Tobias has been here all the time, but where is he now? And what? Hallo? And where is Professor Reynolds? Äh, 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 okay. Wir nehmen erst mal, oh, warte mal, da ist er ja. Ne, eine Aufzeichnung, ne? Ah. Hallo, Professor. Äh, Scrooter. Wir brauchen einen Scrooter. Ich habe gar nichts mehr im Metall. Hier, da ist die Maske. Die würde ich gerne mitnehmen. Warum komme ich an die Maske nicht ran? Okay. Irgendwas sollen wir vorher noch entdecken. Und warum ist das hier so komisch eingekestelt? Uh, 13. Ah, wird knapp. Das nehme ich mit. Komme ich jetzt an die Maske ran? Ich komme nicht an die Maske ran. Unglaublich. So, I'll make them pay, Gerons. Äh, will be avenged. Oh. Hm. I can't get it. I can't get it. Why don't, can't I get that? Äh, I can't all the parts can't use. Okay, um, Screwdriver. Ne. Was ist das? Fire extinguisher. Okay. Wieso komme ich hier an die Maske nicht ran? Das finde ich, finde ich sehr betrüblich. Ähm, okay. Nun gut, wird wohl nichts. So, Fire extinguisher. So. Sehr gut. Okay, was kann ich damit machen? Äh, hier kann ich erstmal gar nichts machen. Das hier ist einfach nur ein großer Klickspot, ne? Was aber auch bedeutet, dass wir niemals an diese Maske herankommen werden. Hm, das ist blöd. Oh, warte mal. Doch, Moment. Ich kann ja die hier dazu nutzen. Ja, das geht. Cool. Okay. So. Oh. Was jetzt? That detective is dead. And you'll confess to everything. Ja, Tobias, I got a deep end. It's I'm coming, Professor. Ja, wieso macht ihr das so kompliziert? Und außerdem, ich komme an die Maske nicht ran. Ja, Leute, eine Maske wird uns fehlen. Weil? Deshalb. Ähm, okay. Goat. Und Fire extinguisher. Gibt es denn hier sonst noch was? Außerdem, es gibt da überhaupt keinen Grund für so auszuticken. Also ganz ehrlich. Hm. Da komme ich immer noch nicht ran. Hm. Fire extinguisher. Nur so. Hm. Was auch immer. So. Ähm. Okay. Du brauchst... Oh. Er ist hier. Hi. Oh, das ist nicht gut. Oh, das ist gar nicht gut. Oh. Mann, gut, dass wir den Fire extinguisher gefunden haben, ne? Hm. Kann es sein, dass die Elektrizität nicht so gut fehlen ist? Ah, my chance to tip him out. Möglich. So, was soll ich tun? Oh, was soll ich tun? Zeig mal. Put the Fuses in the correct slots. The field plays for actually green and incorrect red. Red. Da hin. Na, also. Na, also. Was? Damit haben wir das Ding nicht angestellt. Das ist ja doof. Ah, it was very well hidden with me wonder what's inside. Das ist da inside. Was ist das? To buy a security chip. Und Fotopart. Moment, Fotopart haben wir doch hier. So, Fotopart. Okay. Das nehmen wir mit. Sonst nehmen wir nichts mit. Das hier sehen wir jetzt nur noch, weil da die Note ist, ne? Ja. Okay. Was ist das Teil? Tobias Chip. Hm. Ähm. So? Nee. Hm? Auch nicht. So. Was? Trap? Net Trap. Aber, was? Hä? Okay. Irgendwas. Der bleibt ja da. Der reint ja nicht weg, ne? So. Hm. 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 Wir haben nur noch das hier. Aber was soll... Denkst du, was ich damit tun soll? Hm. Gar nichts. Das ärgert mich hier, ne? Das ärgert mich echt. Hm. Hier können wir nichts machen. Ähm. My chance to tie him. Ja, ich würde gerne tie'n. Aber ich hab keine Ahnung, wie ich das hier anteilen soll. It's bold. Ist denn hier noch... Doch noch mehr? Ne. Ich glaub nicht. Da unten ist auch nix. Da... Oh. Ach, warte mal. Hier, du kannst da an. Oh. Oh. Okay. Poor guy. If he only realized. I know they are watching me all the time. But this is the only way I can cure myself and survive. Ja. Ich kann nämlich mal einen Vorwurf daraus machen. Oh, warte mal. Das war ja... Nun. Er hat's versucht, ne? So. Er hat's versucht. Und eigentlich ist es nur... Darauf kommt es an. So. Hier kommen wir ran. Cool. Okay. Damit können wir das jetzt rausnehmen. Sehr gut. Aber wie willst du damit einen Geist fangen? Okay. So. Ernsthaft? Ernsthaft? Er ist ja körperlos, also... Oh. Oh. Au. Das war nicht nett. Das war nicht nett. Okay. Und da drüben wird wieder gewimmelt. Los geht's. Find the other badges. Was? Äh. Okay. Äh. Da? Ne. So was nicht. Was ist denn? Was sind denn? Ah. The other badges. Ach so. Ja. Sag das auch gleich. Nein. Da ist noch einer. Und da ist noch einer. Und da ist noch einer. Und da haben wir auch noch einen. Find the pieces of coal. Hier ist Kohle. Coal. 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 Find the pills. Sehr gerne. Coal. Äh. Drei. Vier. Noch zwei. Noch zwei. Noch zwei. Noch zwei. Noch zwei. Ach hier. Und. Der letzte. Das da. Ist aber schon. Find the medallion. The medallion vom Bass. Das da. Oh ja. Winning strength. Oh. Sehr schön. Können wir mal. Na ja gut. Das ist ein Achievement. Terrence medallion. Sieh an. Was haben wir denn hier? Okay. Und die beiden kommen da rein. Wohl nicht. Nein. Ups. Aber da kommen sie rein. Auch nicht. Der rote ins rote natürlich. Das habe ich mir nur gedacht. Zwei. So. Was jetzt? Oh. Erst reindrücken. Uh. Ab ins Innerste. Hallo. Tobias sagt es. Das haben wir mir vor. Haben bekommen. A professor. Ja. Wir sehen uns hier erstmal um. Das. 14. Okay. Wird eng. Was haben wir denn hier? Da fehlt ja noch einer. Third lure. Hier. Haben wir etwas. Wo werden wir nichts machen können? Da. Haben wir etwas. Was? Info. Find the path of a web part of a web. Okay. Also. Memory. Der war doch hier. Halt. Den hatte ich da. Ach. Das war ein anderes. Aber du bist dort. Du. Warst du da? Ne. Das ist so ähnlich. Der ist da. Der ist. Ne. Bayer Hazard war hier. Ja. Der ist aber da. Und dann bist du dort. Yeah. Nummer eins. Da kommt doch was rein. Und da kriegen wir dann auch noch was. Äh. Warte mal. Eins. Handle. Hier oben. Ne. Nicht hier oben. Oder doch hier oben. Nein. Natürlich nicht hier oben. Das habe ich mir immer gedacht. Handle. 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 Wo kommt denn der Handle da rein? Na. Der merkt das bestimmt überhaupt nicht, dass wir hier sind. Select a pair of pictures that are closely associated. Was? Zu einem Strick. Achso. Zu einem Strick. Hä? Was? Äh. Eine Falle. Eine Falle. Und. Okay. Da kann ich nichts. Ich kann nur auf die da drücken. Also Strick ist so ähnlich wie das da. Oh. Eine Gun. Äh. Ein Schwert. Oh. Das war's schon. Okay. Einen Pinsel. Na sowas. Ne. Gar kein Pinsel. Okay. Um. Tobias. But I find a way. Hm. Kann ich den einfach rein zucken? Ne. Kann ich nicht. Okay. Da. The electric chair is charging. Tobias ready to use it. Das ist ungünstig. Da müsste ich mal rankommen. So. Ja. Vielen Dank. Der hat das immer noch nicht gemerkt. Was? Connect the dots and the left image that are represented on the right image. Connect the dots. Okay. Also so. So. Oh. Okay. Ich kann sie einzeln setzen. Das ist cool. Und dann hier und da und dort und von hier aus geht's nach da und nach da und nach dort. Oh. Nochmal. Okay. Nach da, nach dort, nach hier, dahin und von hier aus. Da oben hin, da über und dahin und dann nach den und den. Ach sieh an! Guck mal! Er war es also, der ihm die Hand geschüttelt hat. Aber wieso? Wieso hängen die beiden zusammen? Sorry Professor, but there is something I need right behind the scene. Oh. Screen. Was ist denn das? Eine Diode. Haben wir das schon gesehen? Bestimmt, ne? Nicht hier. Hier? Ne. Da. Hm. Nee, da auch nicht. Okay. Hier drin. Da drin. Okay. So. Was jetzt? Okay. Was soll ich hier machen? Connect each picture to an associated image. Bayer Hazard. Und vielleicht DNA? Nein. Geht da überhaupt irgendwas? Okay. Es geht was. Das beides und das beides. Und dann haben wir die Nummer zwei. Gut. Hier fehlt auch noch was. Big Nights Fritsch Belongs hier für Emergency Cut-Off. Hm. Na, fine. Oh, okay. Wir werden hier zugeschwemmt mit, ähm, Reynolds Sponsorship. So. Okay, Hammer. The Fuse would help me here. Alter. Okay. Nee, da komme ich nicht an dieser Stange dran. Kann ich hier irgendwas einschlagen? Where is this here? Third lure. Ach so. Ich muss da ran. Aber jetzt hört er uns spätestens. Nein, er hat uns nicht gehört. Gut. Okay. Du dahin. Du dahin. Oh. Oh, das war's schon. Turn-T. Okay, was ist das? Das ist der Löwe. Löwe. Ah, okay. Was? Position the buttons in the center section. The light above turns green. Was? Ach so. In the center section. Okay. Also du da. Du hier. Du dort. Du da. Und du dort. Nicht? Warum nicht? Ach so. Weil der da oben. Ach so. Oh, der muss da oben ran. Okay. Der obere ist dort. Der untere ist in der Mitte. Der da ist, ähm, warte mal. Das ist der vierte. Oben, unten, ganz oben. Und der hier, der zweite. Da, 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 da. Ein runter. Na? So. Na, siehste. Eine Fuse. Mensch. Und der Typ hat uns immer noch nicht gehört. Ist ja unglaublich. Ne, nicht hier. Wo war das nochmal? Da war das, ne? Okay, cool. Die Cards nehme ich mit. Das sind aber nicht diese Cards, oder? Ne, das sind nicht die Cards. Nur das sind diese Cards. Ah, okay. Place the lyrics on the left and indicate the dots on the right. Also, du dahin, du dorthin, du dahin, mich. Zu wenig. Ah, aber das ist es doch, oder? Oh, das ist es. Gut, wir kommen nach oben. Dass der Typ uns nicht bemerkt. Da sind aber eine Menge Menü-Spiele hier. Connect the symbols with each other. Okay, gut. La, 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 la. Geht das nicht? So, und so, und so, und so, und so. Okay. Und du, so, und so, und so. So, und so, und so, und so. Ah, cool. Du kommst aber hier rein, ne? Jawohl. Kabumm. Oh, Pepper Spray. Und der roter Button. Ich möchte wissen, was der rote Button ist. Stopp, Tobias. Don't do this. After I have your confession on tape, the whole world will know about your evil deeds. Wait. Duke tricked us both. Think, only he might know about all the risks of the project. He had his own goals. Rise. Well, well. What do we have here? Do you really think you can stop me with that? I'd like to see you try. Tobias, no. Das? Oh, my. Bei ihm ging das aber schnell, ne? Was? I can't believe Tobias went this far. Thank you for believing in me. Was? Nein. Take this. You deserve it. I suppose good intentions couldn't pay over the awful truth. I'll never forget this lesson. Now, I've had enough of this place. How about you? Hä? Hä? Was? Nein. Also, erst mal, wieso hat er das gemacht? Wieso gab es keinen Endkampf oder irgendetwas? Und außerdem, wenn er sich so schnell in ein solches Wesen verwandelt hat. Hä? Was war da los? Das, nee. Das ist ein unbefriedenes Ende. Nee, 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 nee. Hä? Ich hoffe, das Bonus-Kapitel gibt jetzt noch ein wenig. Was ist denn das hier? Das Bonus-Kapitel gibt hoffentlich noch ein wenig mehr Aufschluss darüber. Bonus-Chapter. So. Oh, play now. Yes. Indeed. Also, das passt ja überhaupt nicht. Hm. Das ist aber laut. Ja, nur geh mal ran. Mach schon. Oh. New task, answer the phone. Ja, das ist schwierig. Hello? May I speak to Terrence Irving? Nee, heute nicht. Der ist nicht da. Hier, Schiff, nie da. Spreche nach Beep. This is him. Mr. Irving, my name is Josh Frazier. I'm the lead lab assistant for Project Eternity. We look through your application and we'd like to bring you in. Was? Das Projekt geht nach wie vor weiter. Our address is 48 Southeast Road. You may want to write that down. Mm-hmm. South East, South, ja, natürlich. We'll be waiting for you. Bring your belongings. You'll be under our supervision for some time. Have a nice day. My belongings? Wie soll ich das Haus ausräumen? Nö, da habe ich keinen Bock da drauf. Macht ihr euer Zeug alleine. Ah. Pick it back and get to turn your office. Ja, kann ich jetzt die mitnehmen? Danke. Danke, danke, danke. Aber wir haben noch eine Menge mehr. Ah, Sekunde mal. Hier ist nix. Da ist nix. The calendar is just a painful reminder. Och, Mann. Kitty! Sleep little Jamie. I'll be back soon. Naja, so soon wohl nicht, ne? So, das nehmen wir mit. Die Adresse nehmen wir auch mit. Und den Füller nehmen wir auch gleich mit. Inoffen. Was kann ich hier nochmal haben? Die Büroklammer? Nee. Eternity? Hä? Was kann ich denn hier nochmal haben? Nanu? Nanu? Okay. Ähm, hier. So, da ist ja ein Haustürschlüssel. Wie gut. Oh nein! Alles kaputt hier. Ah, und das in meinem eigenen Haushalt. Unglaublich. Hier ist doch bestimmt auch noch irgendwas. Noch nicht. Noch nicht. So, das nehme ich mit. Kann ich die Katze denn wenigstens noch versorgen? Wieso habe ich in meinem eigenen Haushalt so viel kaputtes Zeug? Hm. Da kann ich was kochen. Vielleicht. Aber jetzt nicht. Die Dose ist, äh, ja, schön. Aber wir haben noch keinen Dosenöffner. Oh, warte mal. Doch, das Messer könnten wir dafür... Nein, das Messer können wir nicht dafür verwenden. So, hier. Äh, Rusted Shut. Okay. Aus der Schlüssel haben wir immerhin. Na, siehste. Hallo? Ach so. So, jetzt. Ist hier denn noch irgendwas anderes? Nee, scheint nicht so. Also, alle Masken werden wir nicht finden. Haben wir schon rausgefunden, ne? Nur zur Erinnerung. Das wird nix, weil die eine war irgendwie, ja, komisch. It's too far to walk to the Eternity Hotel. Okay. Das sieht verdächtig aus. Na, also. So, hier. Was haben wir da? T und I. Jemand hat ja seine Badge vergessen. May carrier locked it. Okay. Haben wir denn hier noch irgendein Dingelchen Eternity? Da wird schon kräftig Werbung für gemacht. Hm. Reynolds & Co. Sponsorship support together for to a better world. Boah. Inserted coin and try your luck. Ja, hey. Okay. Was haben wir hier? Hallo? Na? The pigeon won't give me the coin. Maybe I attempt it with a snack. Ich habe hier was anderes zum attempten. Rusted. Alles wieder rusted. Rusted, rusted, rusted. Mei, mei, mei. So, aber mehr ist ja doch da drüben. Guck mal, da ist da noch irgendwas. Okay, cool. Ah, sieh an. Ja, das verloren. Und da braucht es auch noch was, was wir ganz dringend benötigen. So. Yay. Mail. 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 Ach so. Mail. To Mr. Terrence Irving. Minneapolis. From T Irving. The letter is addressed to me. Where is my letter opener? Oh. Terrence. No need for desperation. I come up with money for the material repair. Ooh. Meanwhile, take Dad's gold signed ring to pawn shop. I'll draw a diagram on the other side of this paper to show you where it's hidden in the apartment. Much love, Tobias. Ja, wir sind also jetzt er. Na gut. So, hier. Oh, was? Was? Ich habe nichts gesehen. There is the place. I should look at it. Nein, ich sollte erst logen. Oh nein, wie komme ich da nur ran? Ich weiß es nicht. Ich kann irgendwas danach werfen. Auch nicht. Ich habe leider nichts Großes. How did I get there? Keine Ahnung. Ähm, hier. Guck mal. Hm, blau kommt zu blau. So. Den nehmen wir mit. T. Apply some heat to the note I sent and the combination to the safe will appear. Okay. To the note I sent. Aber da kann ich gar nichts machen. Hä? Muss ich erst was anderes anzünden, damit das funktioniert? Hm, zum Beispiel diesen Papierstapel. Nein. Äh, okay. Ich könnte es hier abstellen. Was dann? Die Note hier ablegen? Auch nicht. Wieso sehe ich das hier noch? Aber wenn wir an diesem Punkt sind in der Geschichte, dann bedeutet das bedauerlicherweise, dass wir nicht erfahren werden, was aus dem Bruder geworden ist. Ich gucke jetzt mal rum, um herauszufinden, wo das... Ach nee, das Tee war draußen. Ähm, ja. Hier. Da. So. Was? Aber das ist doch das... Ist das nicht das Tee? Offensichtlich nicht. Hm. Okay. Ja, wenn nicht. Ich wollte es nur ausprobieren. Hä? Wom geht es nicht? Naja, schön. Dieses Tee ist es zweifelsohne auch nicht. Hier sind aber viele Tauben. Ah. Hier, guck mal. Du bist... Brutzel, Brutzel, Brutzel. Hä? Aber... Was? 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 Ja. Geht nicht. Okay. Ich muss die Note offensichtlich wieder irgendwo ablegen, damit es funktioniert, ne? Nee. Okay. Apply some heat to the node ascent. Ja, das würde ich total gerne machen. Geht aber nicht. Warum nicht? Was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen? Okay. Hier könnte ich die Note ablegen, aber... Da ist ja auch nirgends wo ein Spot. Oder für den Leiter oder sonst irgendwas. Hä? The calendar is a painful reminder. Was? Was soll ich tun? Soll ich den hier draufstellen oder was? Wie denkst du dir das? Das ist es alles nicht. Hä? Hä? Ich raff's nicht. Oh. Kitty. Wir könnten Kitty auf die Pigeons loslassen. Ich raff's nicht. Rusted. Okay. Rusted. Ah? Nee. Ja, 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 ja. Wo soll ich das denn bitte schön ablegen? Und das hier ist the letter T. Ja. Hier. Hallo? Das will nicht. Warum nicht? Ah. Es arbeitet nicht an beim... Okay, gut. Das ist mir jetzt zu blöd. So. Ähm. Wir sind hier. Und hier soll auch was... Wie da ist? To apartment? Warte mal. Da ist eine Player Current Task. No current task. Ach so. Okay. Wir sollen also reingehen. Was für eine Überraschung. So. Hier sollen wir reingehen. Cool. Was kann ich hier deiner Ansicht nach tun? Gar nichts. Hier kann ich... Soll ich da drin rumfummeln oder was? Mit der Dose draufhauen? Das T. Nee. Hä? Okay. Da komm ich auch an. Cool. Ach so. Warte mal. Gasofen. So. Echt jetzt? Ist das nicht ein kleines bisschen übertrieben? Na gut. 30... 80... 60... 20. Hurra. So. Komme ich hier schon mal ran? Nein. Kann ich mit dem Füller da drauf rogeln? Nein. Okay. So. Also. 80, 60, 20. 80. Ist egal, welche Richtung. So. Cool. Der sah schon immer so böse aus. Oh nein. Well, look. What's talking here? Ein Ersatzteil. Wer hätte das gedacht? So. Ah. That's me and Tobias back in the days. Er sieht so aus wie... Und er... Ja, weiß ich ja nicht. Ach so, die Büchse kann man nicht nehmen. Gut. Kann ich hier irgendwas dran rum progeln? Nein. Super. Okay. So. Wir haben schon mal das halbe Ding da bekommen. Halt. Ich möchte eigentlich gerne rausgehen, wenn es keine Umstände macht. Und das Ding schon mal da reinlegen. So. Aha. Ah, dieses T war gemeint. Nicht das andere. Was ihr gleich wieder gedacht habt. Hm. Mr. Terrence Irving. Will you get to report that the treatment therapy produced no positive results? Here is the invoice for the served render. Oh. Ja, ist ganz schön teuer, das Ganze. Hm. Den nehmen wir mit. Cool. Und jetzt können wir prokeln. Warte mal, lass mich warten. Hier. Hier. Hm. Guck an. Medizin gibt es ja auch. The first aid kit. I wish I could cure me from my disease. At least I will take some. Ja. Gut. So. Da haben wir ein paar Sachen drin. Damit können wir dieses Ding da auszupeln. Sehr gut. Erstaunlich, dass sich das Ersatzteil hier im Safe befindet. Okay. Und da wird gewimmelt. Wunderbar. So. Wir sollen finden. Ball. Ruler. White Shirt. Tablets. 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 Und Sleep Mask. Es ist hier. Swimming Trunk. Watch on Message. On Swimming Trunks. Ist das ein Swimming Trunk? Das ist ein Swimming Trunk. So. Hier haben wir noch ein Foto. Harmonika. Cup. Und Chessboard. Harmonika. Oh. Na nun. Was ist das denn? Hm. Okay. Okay. Ach, dann musste ich die Arzenteile sammeln, oder was? Äh. Wieso kann ich das alles einpacken? Warum nimmst du ausgerechnet diese Karate? So. Eine Harmonika sollen wir noch finden. Ach, da oben. Ja. Fragments. Dings fehlen. Okay. Und Suitcase. Na also. Nothing can hide. Warte mal. Lass uns mal zu den Achievements gucken. Ah ja. Ein paar haben wir mehr bekommen. Genau. Super Minigame. Finish Three Hops. Five Hops in a row. Nothing can hide. Solve Three Minutes Game without Skipping. Solve. Ja. Genau. Okay. So. Da ruft schon wieder jemand an. Die Katze stört das gar nicht, ne? Hehehe. I have to answer. Don't do it, Terrence. Don't join Project Eternity. Was? Wer war das? Was? Äh. 27 Tage. Oh. Call a Taxi. Okay. Ich call ein Taxi. Weiß ich denn die Nummer? Ich weiß nicht mal die Nummer. Naja. Dann. So. Das Suitcase. Ist da noch irgendwas drin? Oh. Sieh an. Guck mal. Noch was? Suitcase nehmen wir auch noch mit. Was ist das? Screwdriver Knife. Okay. Können wir da hier noch was mit anfangen? Yep. Juhu. Wer war das, der uns da angerufen hat? So. Und Rusty. Hm. Aber wir wissen ja schon, was da rausgekommen ist. Also insofern. Schade, schade, schade. Ach. Das I ist hier. Wie kommt das denn in diesen alten Schuhe in der verschlossenen Kiste? Hm. Juhu. Juhu. Ja. Und so. Und so. Ein Regenschirm. Ah, für drin, ne? Ja, warte mal. Gehe ich direkt mal hin. Ja. Sehr gut. Ich hoffe, wir füttern die Katze. Okay. Damit können wir den... Nein, tun wir natürlich nicht. Es ist Korn. Damit... Oh. Damit füttern wir die Taube. Ja, so nehm ich, ne? Uh. Oh, danke sehr. Das hier war auch Rusty. Ja, ist auch Rusty. Okay. Na. Und jetzt? Juhu. Das ist aber eine sehr umständliche Art und Weise, an eine Taxi-Nummer zu kommen. Na gut. So, 50 Cent. Try your luck, ne? Insert a coin. Das hat... Oh, achso. Was soll ich tun? Match three or more elements of the same color. Okay. Einfach drei gewinnt. Okay. Das war ungeschickt, ne? Naja. So. Dun, dun, dun. Mhm. Läuft. Ein paar haben wir noch. Gelb. Rot geht noch nicht. Gelb geht nicht. Ah, hier. Gut. Dann du bitte. Okay. Blau. Rot. Du. Cool. Mach's gut so. Yay. Ich hab voll die fette Kohle bekommen. Hey, Cash. Jawohl. Hier drin ist... Hier draußen ist nichts weiter, ne? Ne. Na dann rufen wir uns mal ein Taxi. Macht er es alleine? Er macht es alleine. Gut. Alle Nummern beginnen mit 5, 5, 5. Das ging aber schnell. The taxi will wait. Ja. Kitty. Ach, es tut mir so leid. Ich bin ein bisschen weg. Aber ich hab auch niemanden, der auf dich aufpasst. Du kommst hier klar, ne? Bring die Wohnung nicht durcheinander. Ich hab schon alles aufgeräumt. Okay. Give the driver the address. Natürlich. Sollte ich nicht erstmal einsteigen? Äh. Und? The driver won't be anywhere. Ich wäre... Was? Matt, hast irgendeinen Taxi-Driver? In was für einer Gegend wohnst du denn? Oh. Mensch. Und hier werde ich auch angerufen. Note the location. Also in Panoramik. You can scroll the screen using... Side of the screen using more objects. Aber sehr gerne. Das hört hier eh nicht auf, ne? So. Hallo? Wer ist denn da? Okay. Okay. Oh. Oh. Left to live. Das ist fies. Oh. Ist das fies. Warte mal. Nehme ich die... Nehme ich die... Ja. Aber nehme ich die Note nicht mit? Und was haben wir da sonst noch so drin? Guck mal. It's more to take the metal ball with me. Ah. Okay. Habe ich auch nicht. Muss... Den Koffer habe ich noch dabei. Okay. Deiner. Authorized personal only. Warte mal. Ne. Das geht leider nicht. Oh. Ich habe ja noch Kohle übrig. Das ist ja ein Ding. Ich gehe da schon mal rein. Das sieht hier aber auch aus, ne? Also ich würde hier nicht... Also, nee. Auf gar keinen Fall. Even an old birth has made my toads some secrets. Und was haben wir hier unten? Die Latte nehme ich mit. Den Stein nehme ich auch mit. Einfach nur, weil es geht. I'm not going to wait through the mocks in these shoes. Ja. Ich habe leider keine anderen Schuhe dabei. Äh. Okay. Ich nehme mal einen Keil mit. Maybe the stick could be a broom. Ja. Haben wir aber gerade nicht. Kann ich mit dem da drauf? Ich kann tatsächlich. Okay. Interessant. So. Wir sollen finden eine Figurine. Der ist hier in der Wassermann. Schleife. Broom. Und den haben wir da schon. Sehe ich schon. Und die Schleife ist dort. Eine Feder. Eine Maske. Maske sehe ich jetzt gerade noch nicht. Ne, Maske sehe ich noch nicht. Ein Piggy. Piggy Pig. Piggy Pig. Oh, hier. Ähm. Einen Schuh. Einen Seepferd. Seepferd. Schuh. Eine Bürste. Einen Federball. Eine Schnecke. Federball. Die sehe ich da. Schnecke. So. Jetzt noch die Maske. Und die Bürste. Hey du. Juhu. Äh. Was? Okay. Das ist schick gemacht. So. Ähm. Was noch? Hier sind eine Menge. Aufgetaucht. Ne? Eine Menge Ringe. Hm. Muss ich vielleicht noch sammeln. Aber erstmal brauchen wir noch die Maske. So. Maske. 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 Ne. 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 Wo ist denn die Maske? Wo steckst du? Wenn ich eine Maske wäre. Wenn ich eine Maske wäre. Ich würde dahin gehen. Nein. Das ist es nicht. Hm. Da ist sie doch. Na. So. Perhaps. Jetzt kam mir ein Handy. Ja. Okay. Ein. It needs to be tight. Ich habe aber gerade nichts zum Teil dabei. Okay. Also dahin gehen kann ich noch nicht. Wir müssen uns also hier noch umsehen. Oh. Warte mal. Habe ich hier schon nach Sammelobjekten geguckt? Habe ich noch gar nicht, ne? Hier scheint aber nichts zu sein. Was ist hier? Nichts zum Sammeln. Nichts zum Sammeln. Nichts zum Sammeln. Nichts. Gar nichts zum Sammeln. Echt? Nicht mal eine Scherbe? Das ist ungewöhnlich. Ach so. Warte mal. Hier. Du kannst da dran. So. Ja. Okay. Stiefel. Cool. Hallo. The best way to sharpen metal is for the redstone. Wir haben aber noch nichts dergleichen dabei. Und in another gear has to go here. Also. Kommt das nur so vorne? Könnte es sein, dass wir. Dass wir nicht alle Sammelobjekte bekommen. Da ist auch nichts. Und die Stadt ist auch nicht da dran. Okay. Okay. Na gut. Denn. Jetzt kann ich da hin. Jetzt kann ich da hin. Alles klar. Uh. Enter the diner. Total unauffällig. This is the diner that's a stranger meant. I check it out. Okay. So. Das haben wir. Immerhin die Scheine befolgt zu bekommen. Die anderen Sachen nicht aus Gründen. Okay. Hier. The van is locked. Das ist Uncandy. Hallo Doggy. Lass uns nicht durch. Nein. Aber ich nehme schon mal den Vanschlüssel mit. Und hier könnten wir irgendwas machen. It's covered with dirt and some sort of nasty things. And now I can find for selling grilled medium rare. Mhm. Na gut. Schließen wir die noch auf. Und. Was haben wir hier? Uh. Sagte ich eben noch. Gibt es nicht? Naja. Vielleicht auch ein paar. Äh. So. Is missing a handle. Und. Äh. Weiß ich nicht. Aber das kann. Oh. Warte halt. So. Das können wir erstmal machen. Und dann hier unten beim Grillen ein bisschen rumwischen. Na. Das war ein bisschen zu einfach. Oh nein. Was für ein Schloss. Was für ein Schloss. Na komm. Das geht schon. Okay. Aber damit kommen wir da nicht ran. Na. Nein. Natürlich nicht. Okay. So. Ja. Ich sehe schon. Ähm. Hier sollten wir dann rumfummeln können. Okay. Haben wir auch. Ähm. Warte mal. Ich habe voll die fette Kohle. Ich habe das Füke. Ja. Ist schon klar. Metal Bar. Können wir die da irgendwie reinstemmen? Äh. Kann ich die da irgendwie schärfen? Oh. Das geht tatsächlich. Haha. Okay. Alles klar. Ich habe eine Harpune. Cool. Sharp Metal. Sharpes Metall. Äh. Ach. Hier fehlt ja noch das Dingens. Genau. So. Was können wir uns denn für die Kohle kaufen? Gibt es hier schon irgendwas? Vermutlich nicht. Ne? Jo. Hey. Oh. Dafür war. Es gibt Dog Burger. Nein. Gibt es nicht. Äh. Da 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 da. Ja. Da 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 da. Nix. 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 Hier kann ich das damit aufreißen. Sehr gut. Ja. Genau. So. Und dann. Hier. Wurstchen. Was jetzt? Hm. Hey. Maybe I could. Was get these cold blazing? Warum? Das ist doch nicht so kompliziert. Da gibt es extra diese Buttons für. Ne. Okay. Gut. Und gefriere getrocknete Würstchen nimmt der Doggy auch nicht, ne? Hallo. Just hungry. Ja. Wer isst das nicht? Genau. Äh. Okay. Hier drin ist nichts weiter. Ja. Spitze. Hatten wir hier eigentlich schon nach allen Sammelobjekten gesucht? Hm. Nun. Wenn. Dann gibt es hier keine mehr. Oh. Da ist. Okay. Da poppt das auf. Gar nicht auffällig. Gut. Was ist hier? Gibt es hier noch ein Wimmelgedingse? Ne. Hä? Es gibt hier auch nichts weiter. Und in das Hotel kann ich auch nicht rein? Fump. Hä? Ja. Okay. Ja. Nun. Hä? Was soll ich machen? Sollte ich mit dem... Kann ich mit dem Geldschein wedeln oder so? Ne. Das geht nicht. Echt jetzt? Echt jetzt? Das war doch schon warm. Wo ist das Problem? Das war doch schon rot gelöhnt. Hä? Na ja. Was muss ich eigentlich machen? Oh. Okay. Ich brauche das einfach nur auf Stabstelle. Okay. So. Die nehme ich so in die Hand. Ja klar. Kein Thema. Alles klar. Die West. Guck mal hier. Here you go buddy. Good boy. You don't go with me now. Good boy. So. Ist dann hier jemand. Looks like Dinah is not so popular. I'll just wait for the stranger. Wieso ist er nicht schon längst hier? Ja. Äh. Ja. Und das ist mein Problem. Weil... Oh, das ist gar nicht mein Problem. Wenn du diese Recipe irgendwo sehen möchtest, lass mich wissen. Anyway, komm in. Wir haben den besten Kaffee in der Region. At least das ist, was meine Regulärer von Eternity sagen. Get your stuff together. I'll be in the bar, wenn du mich brauchst. Ah, ja. Gib mir irgendwas. Ist mir egal. Ich bin hier... Weiß ich nicht. Wait for the message from the stranger. Okay. Gut. Das heißt, wir setzen uns hier jetzt einfach hin und fertig ist die Laube, oder? Ja, halte ich für einen super Plan. Okay. Sollten hier nicht auch irgendwelche Masken noch herumliegen oder sowas? Und das da? Uh, zwei von fünf. Immerhin. Guck mal, was ist das denn hier? Where is the liver? Ja, ganz ehrlich. Also da... Nee, sorry. Aber nicht mein Problem. Hm. Der macht hier im Business und so und der will von mir bezahlt werden. I order my tea. Ah, here's some money. Okay. Habe ich ihm gerade einen Zehner dafür gegeben? Nee, ne? Ah. Hallo? Es ist für mich. Und er weiß das, weil... It's me again. My name is David Cain. Schön. Okay. Okay. No project's a lie. It's just a cover-up for something bigger. When they vaccinated me, strange things started to happen. Before I ran away, I threatened to expose them. Now they're hunting me down. But I have the evidence. Hm. Look for the table by the window with flowers and white leather seats. You'll soon know everything for yourself. Ja, alles klar. So muss es aussehen. White leather couch. Get in the challenge. Ja, aber es ist doch irgendwie klar. Okay. Also die Geschichte ist ein bisschen komplexer. Er hat sich nicht einfach für dieses Projekt gemeldet. Ist da hingegangen und boom, alles fertig. Sondern, ähm... Sondern, naja... Er ist da eingebrochen. Hat da irgendwie selbst nach Beweisung sucht. Oder wie? Sowas in der Art? Kann das sein? Hey! Maybe I come across his lost recipe. Ja, ist mir aber egal. Ehrlich. Also, ist mir wirklich egal. Weil, hallo? Der macht hier in Business und so. I can't reach in there. Muss ich auch nicht. Hä? Okay, was hast du vor? Warte mal. Wir können das eine Ding hier schon mal wegbringen, ne? Kann ich nicht. Doch, kann ich. Cool. So, ähm... Du kannst da nicht reinreitschen. Warum nicht? Aber die könnte ich... Press Melody Button to choose a track. Dafür brauchen wir ein Coin. Und da oben... Looks like the melody. Das ist es hier doch, ne? White strip leather sofa. Und da kannst du dich einfach hinsetzen. Du musst sehen... Ja, so muss es aussehen. So nämlich. Es gibt vier Sitzgruppen in diesem Diner. Da muss ich sitzen. Sonst geht's nicht. Look for the... Da ist die Flower. Da drüben sind auch Flowers. Das hier ist die falsche Flower. Hast du blöd gezeichnet, du. Aber... Hier sollen Vorhänge davor sein. Haben sie nicht nur Jalousien. Das ist unmöglich. Na, white leather couch. Echt jetzt? Ja, und was jetzt? Okay. Menu, Diner und... Oh, Confidential. Das liegt hier einfach so rum. Hi. Moin. Naja, habe ich irgendwie noch nicht so direkt. Aber nun, okay. Wo? Hm, wer tut das nicht? Und da vorne liegen die Confidential Files? Hm. Ganz ehrlich, wenn mir das irgendjemand sagt, ne? Also, egal aus welcher Situation heraus, wenn das jemand sagt, dann heißt es nur Lauf. Komm bloß weg. Total unauffällig. Oh, my God. Sieben Days left to live. Ey, diese Anzeige, die finde ich gruseliger als den ganzen Rest. Boah. Okay, find the manager's office. Sehr gerne. Da haben wir noch einen Diner und das da. Und hier können wir noch reingucken. Coffee, one dollar cream, 50 cents, sugar fruit. Have a nice day. Klar. So. Okay. Irgendwas kann ich hier mitmachen. Das da dran. Ja. Sehr gut. Kaugummi. Und jetzt da irgendwas zum zum Run-Button, ne? Boah. Ach. Hä? Was? Nicht? Oh, doch. Das nehmen wir. Ach so. Jetzt können wir es mitnehmen. Das ging vorher nicht. Jetzt kann ich da... Ja, I can't reach in there. Okay, nehmen wir das Ding da oben drauf. Insert coin. Choose track. Ist es egal welchen? Ich möchte den grünen. Das war ganz toll. Oh, wie schade. Da ist ja der Engel kaputt gegangen. Wie konnte das passieren? Raus hier. So, nun denn. Also, ihr kommt hier rein. Gut, dass die passen. Das nehmen wir alles mit. Da ist aber... Äh, the phoenix has a gift for me. All our things. Very well. This is mine. Und du kommst. Uah. Das ist aber nicht, ne? Das ist jemand. Uh. Was haben wir denn da? That's where the eternity project operates from. Du meinst, das hier war kein Hinweis? Das war noch nicht... Okay. Okay. Ja gut, wenn du meinst. So, nun wir jetzt. Aha. Interessant. Sonst nichts? Nur das? Lure. Und das ist der Lure von dem Diner. Also, naja. The greatest bullet down. Er hat tatsächlich hier rumgeschnüffelt, ne? Das ist der Lure von dem Diner. Wie konnte das passieren? Warte mal. So. Wie ist der da reingekommen? Der Typ vom Diner steckt hier mit ihnen unter einer Decke. Here's your roast beef, sir. Such a fancy serving for a dome for a diner. Ja, schon irgendwie ein bisschen auffällig. Irgendwas? Ne, können wir nichts mit machen. So. Ein Magnet. Ne. Ne. Ne, sorry. Ne. Ne. Bzzzt. Ja. Nein? Ah. Ah. Da ist ja das fancy recipe. Und da können wir nicht dahinter greifen. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Okay. Was ist das? Das ist tatsächlich das last recipe. Hier, pass auf deine Sachen auf. Oh. 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 Okay. So. Find candies. Aber sehr gerne. Candies. Das zählt als candy. Na. Candy. 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 Die kennen nicht. Die kennen. Das brauchen wir. Hm. Aber ist jetzt nicht. Ist out of scope. Ein candy gibt's noch. Hier. Ist das so candy? Nee, nee. Hm. Hm. Sieht schon ein bisschen lecker aus. Was immer es auch sein mag. Ach hier. So. Find lemons. Natürlich. Ich nehme den da. Der reicht mir. Okay. So. 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 Und da. Und ab. Ihr dürft doch unsere Finger da reinstecken. Hm. Das da ist. Zählt das auch als lemon? Nee, tut es nicht. Aber auch das sieht. Sieht vor allen Dingen süß aus. Würde ich aber auch nehmen. Noch eine lemon. Ah hier unten. Find umbrellas. Natürlich. Sehr gerne. Den da. Den da. Den da. Den da. Ah. Den da. Und. Ja. Mehr hier wird nicht. Da. Find the bartender's locket. Wieso müssen wir sein Zeug in Ordnung bringen? Ganz ehrlich. Hm. Okay. Den nehme ich mit. Ah cool. Ah. Warte mal. Da können wir. Nee, hier nicht. Ich würde ja gerne Wauzi mitnehmen. Ich glaube, Wauzi hat hier zu den Typen eine ganz andere Meinung. Na. Sehr gut. Ui. Sollten wir nicht erst mal nachgucken, wer das ist. Josh's ID Card. Ah ja. Hm. Was? Info. Complete the minigame to open the door. Äh. Okay. Einfach nur die Kugeln wegpassen. Voll krass. Ähm. Was? Ah ja. Okay. Okay. So. Warte mal. Dann nehmen wir erst mal den. Dann den. Dann den. Dann den. Und dann den. Hm. Gar nicht schlecht. Ähm. Hier hätte ich gerne die gelben sind die Haarklingen, ne? Und die roten irgendwie auch. Dann nehme ich erst mal den. Ähm. Die türkisen sind die einfachsten. Wenn ich den hier aber wegnehme. Wenn ich den. Den roten darf ich auf keinen Fall bewegen. Den hier könnte ich bewegen. Ach. Wir probieren es einfach mal. So. Mal gucken was passiert. Na. Und so. Und jetzt vielleicht den da. Jetzt hier roten. Jetzt die hier. Die hier. Und da. Ach süß. Ja. Easy peasy. Guck mal. Es hätte auch fünf Stufen gegeben. Echt? Es hätte auch fünf Stufen gegeben. Das ist ja irre. Oh. Hi. Mist. So viel zum Thema. Wir dringen hier ungesehen ein. Ah. Hi. Hm. Mist. Okay. Denn nicht. Ich hau ab. Ich hätte jetzt immer noch die Möglichkeit zu gehen. Such high security for such a low profile venture. Well. I suppose there is a lot of money at stake. Ja. Offensichtlich. Aber es schreit doch alles danach zu sagen. Oh. Dover Demon. Es schreit doch alles danach zu sagen. Hau ab hier. Okay. Zwei Masken haben wir noch. Und wenn ich nicht irre. Dann haben wir eine leider schon. Die haben wir nicht gekriegt. Es ist. Er hat mich nicht reingelassen. So. Der Rechner. Das Bild. Das Wimmelbild hat mich nicht reingelassen. Nee. Das Spiel. Also. Die Maskierung. So. Jetzt habe ich es aber. Äh. Ne. Hm. Vielen Dank. Gut. Aber ein Veränder-Mich haben wir sonst nichts mehr. Ne? Oder noch irgendein. Hm. Zwei müssen wir noch finden. Okay. Mal gucken, was es hier so gibt. Elevator-Card. Die kriegen wir von ihm. Die kriegen wir nicht. Die haben wir nicht selbst dabei. Uh. Enter code to a pass. I think the system generates daily passes for guests. State of the art, apparently. Ja. Okay. Warte mal. Das ist es. Mehr haben wir hier nicht. Ja. Ich gebe dir mein zu, Kate. Ich finde, das ist völlig okay. Waiter. Take my belongings. Okay. Geht nicht. So. Haben wir hier denn sonst noch was? Ich würde gerne jemanden anrufen. Ich nehme den Zuschauer-Bonus. Äh. Okay. Was soll ich tun? Mein Koffer verbrennen, damit die ID-Card da rauskommt? Wieso habe ich keine ID-Card dabei? Hä? Äh. Also mal ganz im Ernst. Warum habe ich keine ID dabei? The concierge says, I leave my things here, and they will take care of them. They? Er soll. Darf. Okay. Uncover the pairs. So. Du bist da. Ein Ring, Nadel und Bonbon. Äh. Key. Und was war das hier doch gleich? Achso. Ja. Äh. Socken. Haben wir Socken schon gesehen? Ah. Bonbon. Eins. Äh. Key ist da. Da ist der Passport. Da ist die Socke. Äh. Hier ist die Nadel. Und der Ring ist... Ist... Äh. I need to pack my... Ach hier. Guck mal. Den haben wir hier. Okay. Aber wo ist denn der Ring? Ach, da drin. Passport. Ja. No need... No help needed. Allerdings. Weißt du Bescheid. So. Hier. Ich möchte... Wenn ich es mir recht überlege, möchte ich meine Sachen doch mitnehmen. Also. Ich finde es nicht in Ordnung, auf einmal das jemand anderem anzuvertrauen. Oh Gott. Was ist denn jetzt schon wieder? Josh lied to you. He's covering his tracks. Did you think he'd admit to knowing who I am? Das wird mir alles schon viel zu blöd. Lass uns abhauen. Oh. No. Josh is in it with the rest of them. He is the one who emptied the folder of evidence against the project. Oh no. It's happening again. No! Was denn? What happened to him? I don't like the story at all. What is this project all about? Das nehmen wir mit. Yes. Was ist das denn? Ne. Eternity Card. Press Push Button. Und da drunter kommt auch so ein Dings. Ja, ja, ja. Hier. Aha. Danke. Push Button. Und dann kommt da irgendwas raus. Hm. Das ist ja ein merkwürdiges System hier. Ach nee, warte mal. Du kommst da rein, ne? Nee. Hä? Doch. Ja? Was? Enter the numbers that are shown on the paper. Okay. 4, 7, 9. Enter. Hey, Elevator. Da ist aber noch ein Dings da. You need another pass. Daily pass. Das ist viel zu kompliziert. Was? Elevator Card. Okay. Und die Card kommt jetzt da rein. Was ist denn das für ein mega kompliziertes System? Elevator. Uh. Private Room. Alles klar. Das lag die ganze Zeit dahinter. Ich habe es genau gesehen. So. Yeah. Und damit du mit dem Elevator fahren kannst, musst du erst noch ein komplexes Spiel. Durchspielen. Solve all the parts of the Super Puzzle. Use the reset button to start the current part over. Okay. Hier fehlen irgendwie Sachen. Verschieben kann ich es nicht. Da kann ich dran rumwappen. Bringt aber nichts. Da kann ich auch was machen. Kann ich auch was machen. Gut. Nichts funktioniert. Super. Oh, Mist. Okay. Richtige Reihenfolge finden. Allerdings. So. Du kommst da rein. Okay. Cool. Was muss ich hier machen? Achso. Die Teile so verschieben, dass sich das Ding da oben bewegt. Vermutlich. Äh. Ja. Nee. Vielleicht so. Klingt das nach einem Plan eigentlich nicht so richtig, ne? Nee. Warte. Äh. Ja. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Nee, halt. Das war doof. Nee, 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 nee. Das war doof. Das zählt nicht. So ist es besser. So. Okay. Und jetzt braucht der nämlich nur noch da unten hin. Ah, da, 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 da. So. Weißt du Bescheid? Juhu. Was? E-tö-l-e-ti. Hotel. Was? Du da hin? Nee, was? Was muss ich tun? Achso, jetzt erst mal diese Dinge hier was basteln. Okay. Äh. Vier. Fünf. Weiß ich nicht, was das zu bedeuten hat. Äh. Warum kann ich die nicht nehmen? Zwei. Okay. Eins. Fünf. Drei. Vier. Zehn. Neun. Nee, das hat damit nichts zu tun. Mhm. Zwölf. Vierzehn. Nee, das hat damit nichts zu tun. Aber es sind offensichtlich vier von den Dingern. Das heißt, die müssen hier wohl reinkommen. Sieben. Fünf. Das ist Minus zwei. Das ist Plus eins. Das ist Minus sechs. Äh. Eins. Drei. Okay. Kann ich die einfach irgendwie reinsetzen? Ich kann sie irgendwie reinsetzen. Okay. Und was jetzt? Hä? Vier. Fünf. Es gibt kein anderes. Vier. Fünf. Oh, ich kann sie auch noch tauschen. Cool. Ähm. Okay. Vier. Acht. Das sind vier. Zwischen ist das Doppelte. Zwei. Sieben. Da sind fünf. Zwischen. Vier. Acht. Da ist drei. Vier. Zwei. Vier. Also die mittleren sind immer identisch. Sehe ich das so richtig? Das heißt, hier müsste die eins hin. Die fünf ist da schon ganz richtig. Könnte aber auch der da sein. Ähm. Hier. Boah. Keine Ahnung. Boah. Keine Ahnung. Sieben, fünf, zwei, eins, zwei, drei, vier, nee. Differenz von zwei und vier von, keine Ahnung, so. Oh, tatsächlich. Äh. Nein, ich weiß nicht, warum das die Lösung war. Nein, ich kann es euch nicht erklären, warum das so richtig war und nicht anders. Nee. Ich hab, oh. Ich hab keine Ahnung, tut mir leid. Das, äh, ja, ist sehr bedauerlich, aber, ähm, ich weiß es auch nicht. So. Das geht nicht. Fabulös. Okay, das könnte so rumgehen. Nee. Okay, probieren wir es mal andersrum. So, und so, jetzt geht's. Alles klar. Das weiß ich immerhin, warum das funktionierte. Ah, du kommst da hin. Cool. Warte mal. Blau, lila gibt's nicht. Blau. Hä? Oh, ach so. Du da hin, du da hin. Ja, das ist witzig. Von da nach da. Das kann beides bedeuten. Aber gut. Ähm, blau, nieder, grün. Rot kommt ans Ende und gelb hier hin. Nein, das war offensichtlich nicht ganz richtig. Dann eben so rum. Aha. Okay. Wollen wir mal die Form zuordnen? Äh, hier. Cool. Ah, Breakouts. Auch Breakouts finde ich klasse. Ja, gut. So. So. Du kommst. Na komm schon. Komm. Komm. Ah, komm. Nee. 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 Nee, warte. Das muss ich jetzt anders machen. Moment. Erst so. So. Und jetzt aber. Tam, tam. Und dann komm. Äh, 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 äh. Okay. So. Was soll denn hiermit bloß passieren? Ich hab keine Ahnung. Taunted Hotel. Yeah. Gut. Was nun? Okay. Ö. Und hier. Und hier. Und radioaktiv Auto. Halt, den hatten wir schon. Nee. Wollte ich den nennen? Weiß ich nicht. Radioaktiv hatten wir den nicht schon. Das war doch das andere Radioaktiv. Vogel, Frau und, Frau, Frau und, da ist Mann. Frau und Mann. Oh, das gehört tatsächlich zusammen. Okay, dann du und, nee, du und du vielleicht. Oh, das ist auch richtig. Hammer. Äh, hab ich mir nicht gemerkt. Vogel, das war hier und da. Und Doggie war hier und da. Regen und, uh, Wolke? Nee, wo ist die Wolke? Auto, Peak. Da ist Vogel. Vogel und Auto. Musik. Fingerabdruck dazu. Hm. Nee. Auch nicht. Können beide fliegen. Peak. Hm. Schlüssel und Auto. Das geht. Ah, okay. Das und Peak. Und, äh, was haben wir denn hier unten? Blume und, nee. Äh, warte, wo war denn der Schmetterling? Da ist der Schmetterling. Blum und Schmetterling. Note und, hab ich mir natürlich nicht, Note. Regen, Regen, Fragezeichen, nee. So. Aha. The world. Together for a better world. Ah, diese Sprüche, ne? Hm. Nein. Ich würde sagen, die kommen da rüber. Und dann kommt das da hin. Und hier kommt der da hin. So. Und hier so ähnlich. Aber ich glaube, ich würde das eher so rumnehmen. Nee, vielleicht doch andersrum. Okay. Und du da hin. Nicht da hin. Oh, der hier ist noch falsch. Warte, 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 warte. Warte. Nein. Ja. Okay. Die Reihenfolge merken, ne? Ja, schade. Eins, zwei. Hm? Hm? Eins, zwei. Dum, 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 dum. Yeah! Wow. Wir sind durch. Hey. Wir dürfen den Aufzug benutzen. Herrlich. Äh, bitte. Okay, second floor. I need to get access to my room and then the manager's office. Das ist ja, was ist denn das hier? Das ist ja ganz furchtbar. Das nehmen wir erst mal mit. So, cool. Das kann ich nicht mitnehmen, obwohl das schon so angenagt aussieht. Habe ich eigentlich noch irgendwas in? Ich habe überhaupt kein Inventory mehr, ne? Doch, den Schlüssel. Okay. Da ist ja, und da geht es nur dein Zeug. Managed's office. Immerhin ist das gut ausgeleuchtet hier dargestellt. Ah! Mocky Mask. So. Yikes. Okay. Ne, ist schön. Ne, ist voll gut. Was haben wir denn da? Komme ich leider nicht ran. Komme ich ran. I can't get it out. So, pass. Conference hall. The mechanism is missing parts. Non-functional. Aha. Naja, immerhin. Hier, haben wir da sonst noch was? Hm, leider nicht. Private room. Ey, wieso ist das hier so abgeranzt und, aber dafür hochmodern hier, diese Dinger da und so? Da komme ich noch nicht hin. So, hey. Okay. Das hier ist mein room für die next few days. Ja, hier haben wir ihn ja gefunden. Ne, eigentlich nicht. Eigentlich waren wir nur kurz hier und haben geguckt, was geht. Weiß nicht so high up. Uh, uh, 20. Alle gefunden. Hey. Sehr cool. Immerhin das. Das nehme ich auch. Hey, Puzzle Pieces. Puzzle Pieces. Alle gefunden. Äh, aber welcher war denn jetzt der letzte? Der hier, ne? Ich glaube, ne, der ist nicht der letzte. Der hier ist der letzte gewesen. Hm. Ich stehe vor dem Hotel und bin auch unentschlossen, ob ich es tun soll. Ich tue es nicht. Okay. Private room. Bla, bla, bla. That's equipment represents a lot of Professor Reynolds' money. Hm. Hm, I guess it's my bad. Uh, actually. Warte mal, ich habe doch alle gefunden. Dann war diese eine Maske da. Also tatsächlich gar nicht für, naja, den Zweck gedacht. Okay. Hm. Interessant. So. Wir haben ein Piston. Hm. Genau. Wir gehen mal an das Ding hier hinten ran. Und da solltest du jetzt reinkommen. Ja, cool. Active. Hm, sehr cool. Alles sehr vertrauenswürdig hier. Sehr, sehr vertrauenswürdig. So. Hm. Da. Cool. Fump. Okay, was soll ich da dann in meiner Nachricht machen? Äh, I guess it's a higher level of access. I can wonder it. Aber kaputt machen können wir es doch. Komm, es ist ja nicht so, als ob hier alles in Top-Zustand wäre, ne? Also jetzt wirklich nicht. Äh, da hinten ist gar nichts. Äh, tata. Was war, ach so, hier, warte mal. Damit kann ich das Ding da runterziehen. Hm. Was soll ich machen? Replace the lights in the oval lamps by mixing the colors, so the required color in the rectal lamps. In the oval, was? Replace the lights in oval lamps by mixing the colors to get required. Okay, also, das müsste es rum sein. Genau, das ist orange und das ist irgendwas anderes. Ach, das soll ich wahrscheinlich weiß darstellen, ne? Okay, dann passt das. Gut. Äh, türkise. Ne, rot und blau ist, äh, du musst da hin und du musst da hin. So. Hm. Das hier kann ich auch wegmixen. Ne, da gehört aber auch noch. Ach, halt. Ne, 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 ne. So vielleicht. Ja. Okay, ist klar. Jupp. Ähm. Wo kamst du denn rein? Ich hab die schon gesehen. Ich bin sicher. Da. Ah, na, guck. Yay. Eternity. Look at this. The Eternity Project brochure. Let's see what they got to say. Dear Germans, we are glad that you became part of Eternity Project. Wieso liegt das hier drin? Warum ist es so versteckt? Together we create a better world. Diese Werbesprüche, na? Eins, drei, fünf. Aha. Okay. Eins, drei, fünf. Conference Hall, ja, ja, ich gehe schon. Ich nehme nicht an, dass das hier für das Managers Office ist. Nein. Wir gehen zurück. Und Hi. Na? Ach, jetzt muss ich wieder diesen Unfug hier machen. Oh, das heißt aber, es gibt noch eine Nummer. Interessant. Ach so, Enter drücken. Patience, okay. So, na, da guckst du, ne? Push the Button. Patience Card. Ne, es war alles so geplant. Okay, Patience Card. Damit komme ich nicht ins Managers Office. Doch, ich komme ins Managers Office. Ist ja verrückt. Ich sollte hier sein. Finally, I'm in the office. Interview awaits me. Komm, wenn ich bis jetzt nicht schon die Tests bestanden habe, na? Hallo? Was kann da noch kommen? Hier bist du. Josh hat mir gesagt, dass du gekommen bist. Wir sind so glücklich, dass du als Teil des Projekt Eternity haben. Aber du seien konzert. Hallo, Professor. Schön, dass wir uns endlich mal kennenlernen. Ja, du warst offensichtlich ja doch mehr entwurft, als ich dachte. Ja, ich bin konzert, weil das Hotel hier und dieses ganze Unterfangen so in so miserablen Zustand ist. Und außerdem Direkte Konfrontation und Ich traue euch nicht einen Schritt weit. So, Mr. Irving, are you ready to start? Nee, ich möchte jetzt gehen. Oh my gosh. Before I decided where to participate in the project, I can really examine the pros and cons. Ja, geh weg. Lauf. Was? Where are the pros and cons of the western nation? Pros are green, cons are red. Select associated pairs in order that represent the middle. Was? Down the middle, top to bottom. Äh, was? Okay, pros are green. Gut. Also. Cure. Und money. Ja, da ist money drin, ne? Hm, okay. Daumen hoch und el do toro. Äh, eternity and heart. Living. Kids and family. Ähm, ein Typ im Rollstuhl. Sitzen. Wo ist denn ein sitzender Typ? Das ist ein laufender Typ. Ja. Na gut, ja. Okay, die Anrufe. Äh. Die Anrufe. Und. Mysterious. Zeit. Okay, ich werde nicht daran teilnehmen. Cool. So. Was? Okay. Was? Where are the pros and cons of the... Select associated pairs. And then represent the bottom. Down the middle, top to bottom. Aber was soll das hier jetzt bedeuten? Family and nothing. Fragezeichen und Zeit. Keine Ahnung, was das hier bedeuten soll. Und. Oh. Das ist hier. Und du bist... Keine Ahnung. Das weiß ich nicht, was das bedeuten soll. Okay. Die... Ah, nein. Warte mal. Der war richtig. Der war richtig. Und hier war... Hatte ich den da? Hm. Ich weiß nicht, was da sein könnte. Ich nehme es mal so. Oh. Das war richtig. Was? Nein. Mach das nicht. Okay. Josh, will you finish up the formalities? We need your signature agreeing to receive the vaccination. It's the first step on your road to recovery. Mhm. All right. The red tape is out of the way. We can move right into the vaccination now. I'll be waiting for you in your room. Das ist doch absoluter Blödsinn. Also. Eine vaccination ist eine Impfung. Aber er ist doch hier schon... Terrence ist doch schon krank. Ist doch schon erkrankt. Das heißt also, eine Impfung kommt hier nicht mehr in Frage, sondern wir müssen über eine Cure sprechen. Okay. Was? Was soll ich tun? Info. Name. Terrence Irving. Date. Heute. Congratulations, Mr. Irving. Together we will make the world a better place. Hm. Das glaubst du vielleicht. I'm not part of the eternal. Oh, ich habe mit dem Vertrag nicht durchgelesen. Hupsi. My only chance for cure. Ja. Josh is waiting for me in the room. Get vaccinated. Was jetzt? Everything is almost ready, Mr. Irving. We just need to run some preliminary tests on you. Aha. First we'll check your nerve endings. Was? Bitte was? Okay. Was muss ich tun? Äh, okay. Was muss ich machen? Next. We'll test your eyesight. Okay. So. Together to a better world. Der da fehlt. Hier sind zwei dran. Da sind auch zwei dran. Da fehlt Südamerika. Ähm. Eternity. Der ist falsch rum. Hm. Eternity. Das passt. Das passt. Auch, glaube ich. Ja. Hier, da fehlt die zweite. Und, äh, oh. My blood pressure. Muss ich irgendwas tun? Everything looks great. Please. Come with me. Das ist alles? Es geht hier um eine Cure, oder meinetwegen vaccination, meinetwegen, ähm, gegen Cancer. Und das ist alles, was ihr an Tests mit mir veranstaltet. Und veranstalten? Hm. Da kam ja gar nichts raus. Das ist alles, was ihr an Tests mit mir veranstaltet. Congratulations, Mr. Irving. Your new life has just begun. Oh. Thank you, Josh. This means a lot to me. Ja, und wir wissen, was dann draus geworden ist. Oh, Mann, ey. Oh, voll fies. Ach, zu liebe Zeit. Okay, aber ich hätte gerne gewusst, der Abschluss des Hauptspiels, da fehlt mir noch ein Part. Hm. Aber nichtsdestotrotz, coole Story. Sehr creepy zwischendurch. Ich habe mich so gerade mit der Musikuntermalung und so, ja, ich fühlte mich eine ganze Weile da sehr, sehr unbehaglich. Also insofern, alles cool. Alles prima. Habt ihr gut gemacht. Das hier sind übrigens, wenn ich vorstellen darf, das hier sind die wunderbaren Menschen, die dieses Spiel ermöglicht haben. Narrative Design und so. Mhm. Wunderbar. Ja, schön. Ja, gut. Hat mir gefallen. So, kurz zur Orga. Es bleiben noch drei, ich meine es sind drei, drei Spiele aus der Haunted Hotel Reihe übrig. Das heißt, so ein bisschen was haben wir noch zu tun. Ich werde aber nochmal aussortieren, falls dann noch solche Tage drin sind wie den ersten Part, weil ganz ehrlich, da habe ich wenig Lust zu. Also da springt man nur von Wimmelbild zu Wimmelbild und hat praktisch gar keine Geschichte dazwischen. Also es ist schon ein bisschen Bäcker und Story da, aber die wird nicht erzählt oder man wandert nicht umher, sondern die kriegt man in Form von Tagebucheinträgen. Das finde ich jetzt nicht ganz so spannend. Boah, voll die laute Musik. Nun, nichtsdestotrotz, Leute, herzlichen Dank fürs Zuschauen, herzlichen Dank fürs Dabeisein. Ich hoffe, ihr habt da ein bisschen Spaß gehabt. Mir hat es jedenfalls Spaß gemacht. Und ja, ich freue mich auf euch im nächsten Let's Play. Macht es gut alle. Tschüss. 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 Tschüss.